Wir werden jetzt tiefer in die Physik eindringen bzw. in die Ardegmetik, weil es nützt nichts, wenn ich tausendmal dasselbe wiederhole, was eigentlich wichtig ist. Ich werde jetzt beweisen, ganz kurz, dass eh tausendfach bewiesen, dass das ganze naturwissenschaftliche Denken, auf einen riesengroßen Druckschluss aufbaut. Und die Lösung dafür, die hundertprozentige sichere Lösung für alle Probleme, ist so einfach und klar, so einfach, wie man ein Quadrat mit drei Strichen zeichnen kann. Das ist ein wunderschönes Beispiel, so eine wunderschöne Metapher, um einen normalen Menschen vor Augen zu führen, dass er etwas hört, wo die Logik sofort sagt, das ist unmöglich, das geht nicht. Wenn man das das erste Mal hört, ist das bei jedem so. Zeichne ein Quadrat mit drei Strichen. Und ich habe das so oft gebracht und in dem Moment, wo du dann das erste Mal die Lösung hörst oder du grübelst selber darüber nach und du kommst dann eventuell drauf, was in den seltensten Fällen der Fall ist, weil die meisten erst gar nicht anfangen, sich eigene Gedanken zu machen. Die wissen von vornherein, dass man ein Quadrat mit drei Strichen zeichnen kann. Wenn das dann wie Schuppen von den Augen fällt, dann zaubert es einen ein Lächeln ins Gesicht, weil man die vorhergehende eigene Blindheit erkennt. Und das gilt für alles. Und das erfordert in einem gewissen Maß das Demut, dass das, was du bisher bewundert hast, die Hirnwichsereien von Naturwissenschaftlern und von Physikern, die übrigens, und das betone ich immer wieder, alle richtig sind. Aber nur ein bisschen. Sie stellen nur eine einzige Perspektive dar. Und es sind aber noch viele andere Perspektiven dort. Es geht bis hinein in die Philosophie. Das ist dieses nicht genau Zuhören oder sich keine eigenen Gedanken machen und geistlos rezitieren, was man in Elternhaus und Schule und an der Universität gelernt hat. Und das baut dann Vorstellungen auf und das gemischt mit stochastischem Denken. Ich kann es immer nur ansprechen. Du hast zuerst einmal zwei Möglichkeiten. Du musst dir zuerst bewusst machen, wenn du mit etwas vollkommen Neuem konfrontiert wirst. Willst du das glauben oder willst du es beweisen, dass es nicht stimmt? Weil deine Logik von vornherein sagt, das stimmt nicht oder das geht nicht. Dann wirst du, wenn du dich jetzt damit weiter auseinandersetzt, wirst du, wenn du es glauben willst, immer mehr Beweise, logische Beweise für deine Logik kriegen, dass das stimmt. Und wenn du es nicht glauben willst, von vornherein ablehnst und dich damit auseinandersetzt, wenn in dir immer mehr Beweise auftauchen, dass das gar nicht so sein kann. Was du dabei aus den Augen verlierst, ist schlichtweg die Tatsache, dass du dir nur bewusst machen musst, was jetzt hier und jetzt wirklich ist. Und zwar habe ich hier wunderschön, ich übertrage einmal den Bildschirm. Jetzt ist das natürlich auch eine komplexere Sache, weil das englischsprachige Videos sind. Und wie gesagt, mir ist das Deutsch, Deutsche, Lieber. Ich mache das jetzt mit Audio da und ich hoffe, es stört nicht so arg. Da gibt es aber deutsche Untertitel dazu. Und das reicht uns eigentlich aus, weil ich mache dann die Erklärungen dazu und dann springen wir da mal rein. Hast du den Bildschirm, Holger? Ja, der ist da. Das ist als diese Internetseite, hier sind eine Ohnmenge von Videos, physikalische, arithmetische Videos drinnen, die mit ganz, ganz tollen Animationen aufgebaut sind. Ich erkläre jetzt nicht wieder, dass das niemals irgendeiner da außen gemacht hat, sondern das kommt aus dem Internet, aus deinem tiefsten Inneren, so wie alles aus deinem Inneren kommt, wenn du jetzt nur akzeptierst, dass du träumst. Und wir gehen jetzt wirklich einmal in die Arigmetik. Ich habe jetzt hier Iriemann, du wirst gleich merken, das hängt alles mit allen zusammen. Das verbindende Parameter ist der Geist, der es sich ausdenkt. Das ist jetzt hier dann Euler-Formel. Dann habe ich hier mit Bi hoch 3, also dieses E hoch Bi mal I verstehen. Da kann man dann auch öfter reinschauen. Dieses Prinzip, beeindruckende Geometrie hinter einer wunderbaren Formel. Immer daran denken, Form L heißt die Form Gottes. Oder die Form ist was hochgehobenes. Wenn ich jetzt das durchspiele, selbst die englischen Wörter, dieses Basel-Problem, egal was ich jetzt mache, wenn wir das hebraisieren, wirst du feststellen, dass in den Worten eigentlich schon ganz komprimiert drinsteckt, was die Worte bedeuten. Da habe ich auf den Selbstgesprächen und den Büchern Tausende und Abertausende von Beweisen. Worum es mir jetzt als erstes geht, und ich hoffe, das haut jetzt einigermaßen hin. Wir lassen es uns erst einmal hier, schauen wir uns das an. Ich sage, du hast es erst einmal zwei Möglichkeiten. Das Bild hast du? Ja, das Bild ist da. Ich müsste mich fast das nochmal groß machen. Ein bisschen größer, genau. Da schalten wir dann nochmal um. Es ist dieses klassische Denken, es sind in den Ohrenbordungen verknüpfe ich jetzt ganz kindgerechte Prinzipien. Dass ich Beispiele habe, die jeder 13-Jährige jetzt wieder normal gesprochen, mit seinem normalen Grundschulwissen verstehen, ganz leicht verstehen und nachvollziehen kann, die hundertprozentig sicher sind. Wenn du wirklich bewusst bist, was jetzt da ist oder was du denkst, führst du letztendlich all das ganze hochzerdachte, hochgerechnete Zeug ad absurdum und du wirst feststellen, die ganze Naturwissenschaft und die ganze Religion baut auf einer Petitio Principio an, das sind Zirkelschlüsse, es sind Grundannahmen, die alle an ein und demselben Problem leiden und dieses Problem ist schlichtweg und einfach der Bruch des ersten und des zweiten Gebotes, dieser allgemein bekannten zehn jüdischen, beziehungsweise christlichen, beziehungsweise muslimischen Gebote. Was meine ich damit? Das sind diese zehn Gebote, die können wir uns in einem einfachen Deutsch anschauen, wir können uns die auch febräisch anschauen und immer darauf hinweisen, der Koran beginnt ganz am Anfang, dass diese zehn Gebote für jeden Moslem geltendes Recht sind. Und was sind diese zwei Gebote? Einfach auf Deutsch steht normalerweise, mach dir kein Bild von Gott, mach dir kein Bild von irgendwas, da drüben im Himmel oder da drunten auf der Erde und ich vereinfache das, du Geist bist ein Gotteskind, du Geist, der, der mich jetzt sprechen hört, ist ein Gott. Der, der mich jetzt sprechen hört, ist nämlich der, der mich jetzt ausdenkt. Mich meine ich jetzt natürlich den Ur. Das ist der träumende Geist und ein träumender Geist ist der Gott, jetzt der rote Bereich natürlich nur, nicht der ausgedachte träumende Geist, ist der Gott für die Welt, die er durch sein Träumen in sich selbst erschafft. Das heißt, mach dir kein Bild von Gott, mach dir kein Bild von dir selbst, dann was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Egal an, was du jetzt denkst, ist auch deine Information in dir, auf die du anschaust, du bist nicht das, was du anschaust, sondern der, der es sich anschaut. Genau genommen bist du beides und das ist jetzt die exakte Bezeichnung für den Adam, du bist das Gedenken, der Denker und das Ausgedachte, der Segerwene Körper. Das wird übersetzt mit männlich und weiblich. Und dieser Adam bist du natürlich auch nicht, weil da steht das JCH, UB davor, dass ich dir als erstes, dass du mal den Adam schaffst. Sich selbst als träumenden Geist. Zweites Gebot, mach dir kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel oder da drüben auf der Erde ist schlichtweg und einfach mach dir kein Bild von irgendwas da draußen. Es gibt nämlich nichts da oben im Himmel, wenn in selben Momenten das unten da ist. Das ist dann außerhalb des Mittelpunktes. Ich mache jetzt, wir werden jetzt dann in die Videos reinschauen, wir werden feststellen, dass du, wenn du eine extreme Schulbildung hast, also weit über Abiturwissen hinaus, es ist sehr einfach erklärt, aber du wirst jetzt merken, umso mehr du zu einem Spezialisten, was du meinst, du hättest was verstanden, umso dümmer wirst du eigentlich, weil du diese kleine Erkenntnis, was du selbst bist und dass du nur immer mit ständig wechselnden Informationen konfrontiert wirst, zusammengeschmissen mit der Front, die Entfernung, das heißt auch Konfront, hier in einem gewissen Maß, merkst du die Sprache ist unendlich präzise. Das ist einmal das erste Problem, das zweite Problem ist, es ist unbewusste, raumseitige Denken, dass das Bruch des zweiten Gebotes darstellt. Du darfst jetzt natürlich dir alles ausdenken, aber mit der Bewusstheit, dass du weißt, dass das bloß jetzt ein von dir gedachter Gedanke ist. Es ist kein Unterschied, ob du jetzt an den Mond denkst, an Superman denkst, ob du an das heliozentrische Weltbild denkst oder an Schneewittchen. Es sind Informationen, die Vorstellungen auslösen, wo du dann auch bestimmst, das eine gibt es da außen, auch wenn du nicht dran denkst und das andere hat es nie da außen gegeben, weil es bloß jetzt eine Fantasiefigur ist. Es sind alles Definitionen, die dir deine Logik aufzwingen. Wir gehen jetzt in die ganz einfache Arrithmetik rein. Halt, ich misse da nochmal, aber ich schalte ein F in der L um, erinnere mich dran, Holger, wenn ich was erkläre mit Händen und Füßen. Halt, das mache ich vorne nochmal. Es ist ziemlich viel. Erinnere dich, wo ich sage, alles, wenn wir jetzt einen Punkt machen, einen kleinen Bildschirm, das ist das, was du jetzt siehst. Alles, was du siehst, befindet sich in diesem, wir machen jetzt einfach einen kleinen Bildschirm, das ist dein darstellendes Bewusstsein, ich sage mal, wie ein Monobild, um das ganz einfach zu machen. Du schaust dir jetzt wie auf dem Video, dieser kleine Ausschnitt, ein Bild an, und es sind ständig wechselnde Bilder, die aufblitzen. Jetzt ist es aber so, dass du dir unbewusst jetzt gewisse Sachen in die Vergangenheit denkst, oder in die Zukunft denkst. Diese Achse. Und ich habe immer wieder gesagt, es ist immer jetzt, egal wo du dir was hindenkst, es ist nicht da oder da, sondern es ist jetzt. Du denkst dir es nur woanders hin, was nichts daran ändert, dass das hier und jetzt in deinem Kopf ist. Ich mache mal hier jetzt ganz einfach den normalen Kopf. Ja, genau. Egal wo du dir was hindenkst, es muss eine Information von dir sein, sonst würdest du es nicht sehen. Und ich sage, wir machen jetzt noch mal dies, was wir Vergangenheit und Zukunft nennen, machen wir weg. Wir drehen diese Achse um 90 Grad von der sogenannten longitudinalen, horizontalen in die Vertikale, in die Transfersale. Ich nenne das lieber Transfersal. Dann haben wir immer noch den Punkt. Jetzt ist Vergangenheit und Zukunft weg. Der Unterschied besteht darin, dass ich mir jetzt bewusst mache, wenn ich an die Zukunft denke, rechne ich was hoch, was aber letztendlich trotzdem immer nur auf unserem Monitor ist. Ich denke es mir wieder woanders hin. Ich denke es mir aber jetzt nicht mehr in die Vergangenheit, sondern in die Zukunft. Sondern ich weiß, ich rechne mir jetzt hoch, dass ich voriges Jahr dieses und jenes gemacht habe. Das rechne ich jetzt hoch. Oder dass ich nächste Woche dieses oder jenes tun werde. Rechne ich hoch. Es bleibt in dieser Jetzt-Achse. Vergangenheit und Zukunft ist weg. Und das, was ich mir hochrechne, hole ich aus meiner Logik, aus dem Inneren heraus. Okay? Ja. Jetzt drehen wir das noch mal. In die Z-Achse. Es war die Wechsel von der X in die Y-Achse. Und jetzt drehen wir die Z-Achse. Und jetzt denkst du einfach an den klassischen Spiegeltunnel, den ich so oft beschrieben habe. Dann stellst du dir was vor. Und was du vor dich hinstellst, holst du aus dir raus. Das ist das Hinter-Dir, H-Innern hinter dir. Es bleibt immer in dem Punkt, wo ich sage jetzt, das ist der Bitschern. Das ist sehr wichtig, dass du das erst einmal begreifst. Und jetzt gehen wir aus diesem vorgestellten XYZ dreidimensionalen Raum heraus. Wir machen den ganzen Raum zu einer Vorstellung. Und wenn ich jetzt den Spiegeltunnel für die Z-Achse nehme, dann stelle ich fest, dass das alles, was in einer Reihe ist, sich eigentlich nur in dem Punkt, wo ich gerade beschrieben habe, befindet, dass das nur hochgespiegelt, hochgerechnet, dass das Divisionen sind. Ja. Die Kerze im Spiegel. Die Kerze, die jetzt schon wieder was, das ist eigentlich das Erste. So, und jetzt schauen wir uns das einmal an. Was für eine unendliche Hirnwixerei hier die Arigmetik, die klassischen Mathematiker. Wichtig, Arigmetik ist was Feines, da steckt der Ari. Der Aria. Die Mathematik, tausendfach erzählt, hast du eigentlich nur das gelernte Wissen von geistlosen Narren, von Schwätzern, die bloß eins zu eins rezidieren. Nachäffen. Affen bei eigener Definition, auch weil sie das auch gelernt haben. Das rezidieren sie ja genauso. Ich bin ein sterbliches Seuge, die ich wurde von meiner Mutter geboren. Das sind lauter Sachen, die du letzten Endes nur mit der Meinheit beschwören könntest. Wenn dir mal bewusst wird, dass wirklich weit über 99% von Aussagen und Glaubenssätzen, die du als hundertprozentig sicher beschwören würdest, dass du die nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest, prinzipbedingt, dass die so weit weg sind von 100%. Ich beweise dir, dass die Weisen der von dir ausgedachten Welt nicht einmal wissen, was 100% sicher bedeutet. Mit ihren Axiomen. Das sind alles Zirkelschlüsse. Und die können das nicht wissen, weil es Gedanken von dir sind. Du musst erst die wissen und erst wenn du das weißt, wirst du feststellen, dass sich das um dich herum verändert. Dann musst du zuerst einmal erkennen, dass das, was du siehst, gespiegelt ist. Wenn du es weißt, erkennst du, dass die es nicht wissen. Da haben wir sehr viel. Es ist beim Spiegel, das Spiegelphänomen hat nicht nur zwei Seiten. Im klassischen Spiegel sage ich, wenn du lächelst, lächelt der Spiegel. Wenn das aber gespiegelt ist, dann heißt es, wenn du lächelst, heult dir und wenn du heult, lächelt der Spiegel. Es ist ein Akt der Fantasie, dass das in der Arigmetik sehr wichtig ist mit dem Austauschen von Plus Minus. Jetzt müsste ich noch ein paar Sachen vorbereiten, aber sollte es mir soweit kommen, dann schalten wir da mal um. Und jetzt springen wir da mal rein und wir fangen jetzt erst einmal. Die Riemann-Setup-Funktion muss dich nicht interessieren, sondern ich lasse das Ding jetzt einmal laufen. Ein bisschen größer machen. Was sagst du? Ein bisschen größer machen. Ja, machen wir gleich. So, es reicht, glaube ich, hier. Einfach mal zuhören. Das ist etwas zu den rein imaginären Zahlen. Ich lege jetzt das anders aus. Du musst keine Angst haben. Da wird jetzt extreme Arigmetik, aber ich mache das so kindgerecht, dass es jeder 13-Jährige mit einem ganz normalen baulen Grundschulwissen verstehen kann. Ein bisschen Grundlage für Holofilling muss da sein. Wir wissen, Reihe ist der Kopf des Schöpfergottes, das ist der Spiegel und imaginär heißt in dir. In dir drin. Das heißt, die göttliche Magie, die imaginären Zahlen. Aber darauf will ich gar nicht hinaus, sondern das, was ich gerade beschrieben habe, zeige ich dir jetzt. So, was jetzt ganz, den Text könnten wir, den Ton könnten wir jetzt eigentlich weg machen. Den mache ich da mal extrem klein, dass eine ganz weg ist. Der Ton ist nicht... Der äußere Raum, das ist diese ausgedachte, die Traumwelt, die dich eigentlich einhält, die du dir aber in der Regel bloß immer vor dich hinstellst. Unser Veröbrige, wie ich das nenne. Ja. Und der innere Raum, das ist jetzt das, dass da nur die Transversale gibt. Ein Schwingen auf und ab, das nicht einmal selbst ist, auf und abschwingen, ist schon was Ausgedachtes. Ja. Und das ist jetzt der Unterschied, pass auf, schau einfach mal hin, der imaginäre Eingang auf und ab gehen. Das ist im Imaginären, heißt es in dir, ist ein AIN, das schreiben wir mit AIN, ein nicht existierender Gang, weil sich letztendlich, das nur dieses Zentrum verändert in der Mitte. Und das ist ein ständiges Auf und Ab, im Geist ist eine Ehexistenz, weil Plus und Minus, mein kleines Bildanschauung, immer gleich ist. Das ist eigentlich das hier. Was hier jetzt schon wieder chronologisch dargestellt wird, wie bei einer Sinuskurve, kann eigentlich nur gleichzeitig passieren. Das sieht man dann auf der rechten Seite. Ich lasse es schon einfach mal hin. Mach den Toner, wenn lauter, wenn einer das Englische mächtig ist. Der Ton ist nicht dabei. Bitte? Der Ton ist nicht dabei. Der Ton ist nicht dabei. Daran muss ich ihn, habe ich ihn vergessen einzuschalten. Warte mal einen kleinen Moment. Dann machen wir ihn halt mit dem Ton. Das wäre nicht schlecht. So, jetzt schauen wir mal, ob der jetzt dabei ist. Ich lasse ihn mal nochmal loslaufen. Dabei? Well, the result is going to be some complex number on the unit circle in the complex plane. As you let that pure imaginary input walk up and down the imaginary line, the resulting output walks around that unit circle. for a base like one half the output walks around the unit circle somewhat slowly but for a base that's farther away from one like one ninth then as you let this input walk up and down the imaginary axis the corresponding output is... Das ist jetzt ganz interessant. Vergiss einmal, was du dir jetzt denkst, wenn du das studiert hast, sondern achte einfach, was ich sage, das ist eine transversale Bewegung, Licht in Bud Space. Das praktisch im inneren Raum ist... Licht ist transversal und bewegt sich immer mit Lichtgeschwindigkeit, ausbud fängt an, um den Mittelpunkt zu kreisen. Was jetzt hier zweidimensionale darstellt, ist mit der Z-Achse noch mit dazudenken, was ich gesagt habe, es passiert nur im Zentrum. Okay? Ja. Dann schauen wir uns dasselbe mal hier an mit der Euler-Formel. Das ist jetzt noch sehr, sehr komplex. Man kann sich die Videos im ganzen Ohr anhören, ich kann die mit reinstellen, wenn es einen interessiert. Ich glaube, aber nicht, dass das so viel interessiert. ... ... ... ... ... ... Das ist diese kleine Formel, diese Euler-Formel. Was jetzt sehr interessant ist, dass wir jetzt eigentlich Folgendes machen müssen, wenn ich da ein, auf beiden Seiten ein Plus Eins hinzufüge, dann heißt es praktisch Eins plus E hoch Pi mal I ist gleich Null. Auf beiden Seiten eine Eins hinzugefügt. Ja. Einfach mal stehen lassen, bitte nicht kompliziert denken, das ist viel komplizierter, es klingt viel komplizierter, wie es ist, wenn man anfängt, mit Holofeeling einfach zu denken. und jetzt brauchen wir dann einen kleinen Moment, Visualisierung, so, den brauchen wir hier. Jetzt schauen wir da mal rein. ... Take 1 plus 2 plus 4 plus 8 und continue on and on adding the next power of 2 up to infinity. This might seem crazy, but there's a sense in which this infinite sum equals negative. Das heißt dazu hier, das werde ich übrigens alles bewiesen, wenn du jetzt das bisschen Mathematik studierst, ich betone jetzt, eigentlich Arrighmetik studierst, kann man das genau erklären, wieso 1 plus 2 plus und so weiter und so weiter bis unendlich minus 1 ergibt. Das ist hochinteressant. Schau, wenn wir das jetzt machen, das Ende, Subend, UB ist hier bei minus 1. Ja. Das ist imaginär, das sind die imaginäre Achse ist ja von oben nach unten, das ist noch nicht gedreht. Ich verspreche dir, dass am Ende dieses Videos wird das Ganze einen Sinn ergeben. Das ist relativ 15 Minuten, aber sehr komplex und trotzdem einfach erklärt, weil das zerdacht ist. Man kann das viel einfacher erklären. Lassen wir es kurz weiterlaufen. Du wirst jetzt hier feststellen, dass wir zwei Möglichkeiten haben. Wir können mit den Reziprok werden, wenn wir die addieren, gibt es 1 und wenn wir die normal addieren, gibt es minus 1. Ja. Und dazwischen liegt die 0. Was ist die 0? Die wird hier eigentlich gar nicht groß erwähnt. Plus 1 minus 1 ist 0, weil letztendlich alles 0 ist. Ja. Was die Schwierigkeit ist, wir fangen jetzt erst einmal an hier mit dem ersten, das erkläre ich jetzt schön und da kommt jetzt die große Schwierigkeit, wo ich immer wieder sage, mein Glas, das ich anschlage. Imagine that you are an early mathematician in the process of discovering that one half plus one fourth plus one eighth plus one sixteenth on and on up to infinity, whatever that means, equals one. Das stimmt übrigens nicht. Das ist der erste große Fehler, du kommst nie auf eins. Es fehlt immer was. Es fehlt immer was. Du kommst nicht auf die 1. Das ist das, was ich mit dem Glas erkläre. Ich gehe dann nochmal, mein Hirn noch ein bisschen mit rein. Hören wir seine Erklärung an, das ist jetzt der Punkt, praktisch von 0 bis 1. Das ist schon das Paradoxe. Das ist was Widerspruch übersetzt, was Paradox heißt eigentlich, um mich herum, in meiner unmittelbaren Nähe, vor mir, ist letztendlich meine Meinung. Das ist das Ausgedachte. Bin ich schon darauf eingegangen, einfach mal Paradoxe, die zwei griechischen Wörter wieder anschauen, dann wirst du feststellen, es hat mit dem Widerspruch nichts zu tun, sondern es heißt schlichtweg, vor mir, neben mir, Paris, um mich herum, Doxa heißt Meinung, ist meine Meinung. Das heißt, meine Meinung ist das, was ich mir ausdenke. ...with numbers. So you imagine placing the two objects on the number line, the first at zero, the second at one. Das sind die zwei Punkte. Then, you march the first object towards the second, such that with each step, the distance between them is cut in half. You keep track of the numbers this object touches during its march, writing down one half, one half plus a fourth, one half plus a fourth plus an eighth, and so on. That is, each number is naturally written as a slightly longer sum with one more power of two in it. As such, you're tempted to say that if these numbers approach anything, we should be able to write this thing down as a sum that contains the reciprocal of every power of two. On the other hand, we can see geometrically that these numbers approach one. So what you want to say is that one and some kind of infinite sum are the same thing. If your education was too formal, you'd write the statement off as ridiculous. Clearly, you can't add infinitely many things. No human, computer or physical thing ever could perform such a task. If, jetzt ist mir natürlich klar, dass jeder normale Mensch schon vollkommen überfordert ist mit dieser kleinen Formel. Obwohl das immer sehr simpel ist. Und ich habe das vor 20 Jahren schon erklärt, dass ich jetzt das Beispiel nochmal bringe, ich nehme mal Glas und ich nehme mal einen Löffel und dann schlage ich den an. Geh einfach den Gedankengang mit. Und dann hörst du ein Geräusch. So denkst du dir das jetzt aus. Können wir jetzt ein Sektglas nehmen und dann schlage ich das Glas an und dann hörst du ein Geräusch. Und ich sage, jetzt hast du ein Dilemma. Du hast in dir eine gewisse extrem groß, grobe, geistlos nachgeplapperte Vorstellung von physikalischen Gesetzen. Ich mache mal, das ist die Glaswand, ich schlage die an, die schwingt, dann entstehen hier Schallwellen, longitudinale Schallwellen, die gehen zu deinem Ohr, gehen ins Ohr rein, aufs Trommelfell, Ambers, Steigbückel, die Cochlea-Hechen flattern, lösen elektrochemische Signale aus, das ist Allgemeinbildung, geh dann hoch in den Dallamus, in das Schlafzimmer griechisch und dann hörst du den Ton. Das ist unheimlich logisch, aber es ist nicht geistreich. Es ist nämlich schlichtweg und einfach, so ist das in Wirklichkeit nicht. Das ist für dich so, weil du glaubst, dass es so ist. Das ist jetzt die Logik, wo jeder normale, gebildete Mensch, den du dir ausdenkst, der ein Spiegelbild deiner eigenen Bildung ist, deiner Fehlbildung ist, als logischer anzieht. Auf der anderen Seite gibt es die Gesetze der Arigmetik. Ich sage jetzt, diese Arigmetik ist aber in erster Linie bei dir Mathematik, was wir gerade gezeigt haben. Er spricht auch wie immer von der Mathematik, das ist das gelernte Wissen von geistlosen Nachäffern. Mathematik, Automatik, ich bin so oft drauf, Mathematik, hast du drauf eingegangen. So, das Dilemma besteht darin, da die Physik, dieses physikalische Phänomen, wie Schallwellen entstehen durch Schwingung, auf dieser Mathematik, sprich Arigmetik aufbauen, würde ich dir jetzt beweisen, das was er hier eigentlich sagt, dass der Schlegel niemals das Glas berühren kann. Jetzt hast du ein Dilemma, entweder stimmt jetzt dein physikalisches Erklärungsmodell oder die Mathematik beziehungsweise Arigmetik stimmt. Es sind natürlich jetzt wieder zwei Seiten, immer dran denken. Ich mache es jetzt sehr einfach, wenn du sagst, die Physik stimmt, dann hast du ein Doppelproblem, weil die Physik ja aufbaut auf dieser Mathematik, wo ich dir jetzt zeige, dass die gar nicht stimmen kann. Das ist das Beispiel, wo gerade gekommen ist mit diesen Teilungen. Das ist der berühmte Xenon, der ja angeblich, du hast ja studiert oder was gelernt, der ja angeblich schon längst gelöst, Achill und die Schildgröße ist ja schon längst gelöst. Das ist eben nicht gelöst. Selbst das blabberst du vollkommen geistlos noch. Wir schauen uns das jetzt einmal genauer an und das ist das Prinzip mit diesen Reziprokwerten, wenn ich sage, ich habe einen Meter bis zum Glas. Wenn ich jetzt darüber fahre, ganz normal gedacht, habe ich irgendwann einmal die Hälfte dieser Strecke hinter mir, das ist ein Halb, dann bleibt eine Hälfte übrig. Ich muss ja das Glas anschlagen, dass ich das Glas berühre und rüber drücke, dass das schwingen kann in dem Erklärungsmodell. Irgendwann habe ich die Hälfte dieser Strecke, diese Hälfte, wo ich habe, die Hälfte dieser Hälfte hinter mir, das ist jetzt bloß ein Viertel, bleibt eine Hälfte über. Das ist die neue Strecke bis zum Glas. Irgendwann habe ich die Hälfte dieser Strecke hinter mir, das ist dann das 1 Achtel, bleibt eine Hälfte über. Das ist dann ein Sechzehntel. Du wirst jetzt feststellen, das geht bis ins Unendliche, bleibt eine Hälfte über, das ist die neue Strecke bis zum Glas. Wenn ich diese Strecke, die Hälfte hinter mir habe, bleibt eine Hälfte über, das ist die neue Strecke bis zum Glas. Es kann niemals, wenn ich so denke, zu einer Berührung kommen. Es wird bis ins Unendliche immer kleiner. Und jetzt kommt das erste große Problem mit der Unendlichkeit. Unendlichkeit ist etwas, was du dir jetzt denkst. Aber wir haben die Eigenart, dass du weder Unendlichkeit denken kannst, du kannst das Wort Unendlichkeit denken, das ist aber in dem Moment eine Existenz und diese Existenz des Wort, egal ob du das jetzt hinschreibst, ob du das auf der Verabrede siehst, ob du das als Wort denkst oder als Geräusch unendlich dir denkst, ist eine Existenz, was vergänglich ist, was schon wieder weg ist, wenn du es nicht mehr denkst. Es kommt niemals, das zu sagen, diese Reihe ist eins. Das ist schlichtweg und einfach falsch. Ja, aber ich höre es doch. Jetzt kommt es ja aber, dieses zwanghafte Aufrechterhalten, dieses zwanghafte Aufrechterhalten einer einseitigen Darlegung. Wenn du sagst, es interessiert mich nicht, was hat es mit meinem Leben zu tun, das ist die Grundwurzel all des Leids und der Ängste, die du empfindest, ist Missverstehen. Dein Missverständnis von dem, was wirklich ist, um zu erkennen, was wirklich wirklich ist, was jetzt Wahrheit ist, brauchst du überhaupt kein Wissen, du brauchst, du musst nur Bewusstsein sein und schauen, was da ist. Das ist jetzt übrigens kein Glas und das ist kein Löffel, wie ich das gerade gesagt habe, sondern das sind wieder Worte, wo ich jetzt möchte, dass du dir ganz bewusst Vorstellungen machst. Das ist auch keine Faust und das ist kein Finger. Bing! So, das heißt, du kommst nie auf Null. Wenn ich aber nie auf Null komme, kann ich auch das Glas nicht drüber drücken, dass das schwingt. Das ganze Problem ist die Vorstellung, dass sich da außen was bewegt. Jegliche Form von raumzeitlichen Denken sind Raumvorstellungen oder Zeitvorstellungen. Das ist die Raumzeit. Es bleibt aber deine Information. Ich mache jetzt da der Genauigkeit halber nochmal eins dazu. Das ist also die Lösung, nicht wo ganz woanders, aber zuerst einmal, dass ich Beispiele bringe, wenn ich vor 20 Jahren habe ich das schon gebracht, dann höre ich dann Ja, aber. Ja, das wird ja dann immer klein. Ich sage, du kommst aber nicht auf Null. Die sagen jetzt, du kommst auf Eins, nicht einmal auf Eins. Da müssen wir jetzt wissen, was die Eins ist. Eins ist nichts und alles. Das ist unendlich. Ich muss so viel, ich versuche möglichst viele Worte wegzulassen. Ich höre dann von manchen, ja, das Glas besteht ja ganz, wenn wir das immer kleiner machen, die Oberfläche, kommen wir irgendwann mal auf die atomare Ebene, wo wir dann Protonen haben, wo Elektronen rumkreisen. Und der Eisenlöffel besteht ja auch auf der obersten Oberfläche mit Atomen, wo Elektronen rumkreisen. Und wenn das immer kleiner wird, kommen wir mal in einen Bereich, wo wir in den Radius von den Elektronen kommen und dann kommt es ja doch in eine Größe. Du merkst, dass du alles aufbaust auf diesen Scheiß-Drecks, Schimm-Exkremente, die er generiert in einigen auf diesen Scheiß-Drecks-Vorstellungen des Materialismus. Wieso du denn nicht auf Null kommst, der Grund liegt, wie beim Quadrat mit drei Stricken zeichnen, wo ganz woanders. Ich mache mal hier die Faust dieses Glas und das ist der Löffel. Das ist jetzt deine Information. Jetzt mache ich mal dir ein wenig weiter auseinander. Ich sage, du schaust das Glas an. Okay. Das Glas, stell dir einfach mal vor, dass wir auf deiner verabredeten Udo vor dir sitzen und du schaust den Udo an in einer gewissen Entfernung, was eigentlich hast, was deine Information ist. Du schaust das Glas an, so bin ich jetzt auf den Bildschirm und ich sage, dieses Glas ist jetzt deine Information. Die Form deiner Gnede. Und jetzt veränderst du deinen Blickwinkel und du schaust den Löffel um. Ich sage mal, den Löffel, den Finger, der das Glas anschlägt. Dieser Finger, dieser Löffel ist jetzt deine Information. Du formst nur deine Gnede um. Ja. Du veränderst die Information. Wie weit ist das Glas und der Löffel auseinander? Einen Meter? Es ist vorgestellt, vor dich hingestellt, einen Meter auseinander gedacht. Aber beides befindet sich hier, wenn du es denkst. Es ist nicht auseinander. Die Frage, warum kannst du mit dem Löffel niemals das Glas berühren? Mit dem Beispiel jetzt, bleibt eine Hälfte über, bleibt eine Hälfte über, bleibt eine Hälfte über, weil es nicht auseinander ist. Weil nichts auseinander ist. Weil alles, was du denkst, hier und jetzt ist, es existiert im Veto und es ist auf der Datei rot geschrieben im Hintergrund, auf deinem Wissensspeicher. Das ist die Ursache dafür. Jetzt muss ich, bevor wir da weitermachen, die Weisheit der Vergangenheit, da springe ich jetzt ganz kurz, das habe ich dir schon mal gezeigt, in einem Video. einer der großen Denker der Infinitesimalrechnung. Du bist jetzt bei der Stadt gelandet. Ah, habe ich schon gesehen. Hab schon gesehen. Jetzt haben wir ihn. Ja. 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 So, schauen wir mal an. Immer daran denken, diesen Leibniz denken wir uns jetzt aus. Infinitesimalrechnung heißt, diese Unendlichkeit ist immer ein Rechnen mit Null. Bin ich schon darauf eingegangen, ein totaler Blödsinn. Streng aritmetisch gedacht, führt es immerhin ins Nichts. Für Leibniz, den wir uns jetzt ausdenken, wohlgemerkt, jetzt kann man das wieder auswendig lernen und sich in die Vergangenheit an Leibniz denken. Ein Leibniz ist ein Gedanke, den du dir denkst, der Kiste, wo du dir was reindenkst, vorausgesetzt du hast in deinem Schwamm in alter Wissen über Leibniz. Das kannst du aber ständig aufhören, indem du ins Internet gehst. Ohne Gott ist nichts. Deshalb setzte er für Gott die Eins und für das Nichts die Null. Das ist jetzt das erste große Problem. Die Eins, schrei mir, so wie man spricht, Ein, Ein heißt nichts auf hebräisch und es steht für Bewusstsein. Das macht jetzt natürlich nichts. Das wäre jetzt dann das nicht existierende Bewusstsein. Absolutes Bewusstsein. Das ist übrigens die 15 und 15, 10, 5 ist Ja. Das ist 15. Das ist Gott. Das heißt, wir müssen für die Eins das Eine. Das ist auch das Wort Universum auf Lateinisch. Un, ein verbundener Sein der Gott. Alles ist Eins. Das ist gleichzeitig Alles und die Nichts ist die Null. Das ist Al, Bla. Beides heißt Nichts. Implosion, Explosion. Al ist Gott. Hast du auch hin, nach, hin, hinein, hin, hin, dann Nichts, hinein, wieder ins Nichts. Und La. Ich sage immer, Implosion, Explosion. Verneinungswort. Nein. Da kann ich jetzt auch N einlesen. Existenz schaltet sich ein. Dann muss ich das Ein, bloß mit der 70 schreiben und dann hast du plötzlich den Augenblick. Das Aussehen, was aussieht, aus einer ausgedachten Quelle herauskommt. Und hineinziehen, hineinziehen. In was schaust du eigentlich hinein? Du schaust nie nach außen, sondern immer nach innen. So. Gleichzeitig untersucht er die Sprache und stellt dir fest, dass sie ständig Fehler zulässt. Dadurch entstehen enorme Verständigungsprobleme, über kurz und lang zu Konflikten führen. Das ist die Welt, die du dir zur Zeit ausdenkst. Das ist ein absolutes Missverständnis von dem, was Sprache bedeutet. Wenn du das Wort Mathematik als Rechnen betrachtest, geh einfach, erinnere dich im letzten Selbstgespräch wenn ich das Wort Mathematik eingebe. Muss ich fast noch mal machen. Wenn es hier erst für Mathematik gibt, ist es keine allgemein erkannte Definition. Das ist ein totaler Blödsinn. Das heißt, Mathe heißt das gelernte Wissen und Mordikos, Dummkopf, Dor, Blödmann, Geschwätz, Dörigkeit, Eitelkeit. Das ist Mathematik. Das dumme Geschwätz von Dörrichten, Nachschwätzern, die meinen, die wüssten was. Weil sie nachelfen. Affen bei eigener Definition. Ich weiß, das ist jetzt nicht besonders liebenswert und sympathisch, was ich sage, aber das ist eben genau die Kehrseite, die du brauchst, um dich selber zu halten. Genau. Das ist das. Es gibt keinen anderen Weg. So. Jetzt ist, er meint, er kann so haben, dass unser Denk eigentlich ein Rechenvorgang sei. Deine Visionen, Indivisionalbewusstsein nenne ich das. Womit sich der Kreis, den brauchen wir dann auch nochmal ein paar Mal, zur Religiosität und jener von Gott und nichts von 1 und 0 schließt. Jetzt muss man noch wissen, dass hier dieser Leibniz mehr oder weniger diskutierte, dass da ist jetzt dem, und dass er praktisch hier für die moderne Computertechnik die Grundlage von unseren Bits, von den 1 und 0 erschaffen hat. Aber da ist jetzt ein großes Problem, dass das 1 und 0, da fällt der ausgeschlossene Dritte. Es ist genau genommen, es ist minus 1 und plus 1 und der Schalter selber, sag ich immer, den wir uns jetzt denken, der offen oder geschlossen ist, wie bei der Schrödinger Skatze, die Kiste ist das nichts. Okay? Ja. Dann schauen wir da mal weiter. Was ist jetzt übrigens sehr, sehr interessant, wo waren wir? Was natürlich jetzt sehr, sehr interessant ist, was ich immer wieder sage mit der Kiste, denke an das Vakuum, wo ich drauf eingegangen bin, die Vakuumfluktuationen, die aus dem Nichts entspringen, laufen Deichen und Antideichen und fallen wieder zusammen. Das ist entweder das 1 da, das ist 0 da, das ist das normale Denken, entweder das ist hell oder dunkel, ich bin gesund oder krank, entweder atme ich ein oder aus. Nee, das ist immer gleichzeitig, weil wir in der Transfersion sind, sonst würde das ja so aussehen. Gut? Ja. However, you approach math with a healthy irreverence, you'll stand brave in the face of ridiculousness and try to make sense out of this nonsense that you wrote down, since it kind of feels like nature gave it to you. So, how exactly do you, dear math? Immer dran denken, lieber mathematiker, unendliche Summen, da musst du als nächstes wissen, dass ja immer nur das, Unendlichkeit kann gar nicht existieren, weil alles, was existiert, endlich ist, weil es nur dann existiert, wenn du es denkst, und wenn du es nicht mehr denkst, ist es wieder weg. Ja. Mathematik, go about defining infinite sums. Well practiced in math that you are, you know that finding the right definitions is less about generating new thoughts than it is about dissecting old thoughts. So you go back to how you came across this fuzzy discovery. At no point did you actually perform infinitely many operations. Also, wie gesagt, wir kommen hier nie auf null, es bleibt immer eine Hälfte über. Das wird dann ein 32, ein 64, ein 128. Das ist, dass wir können sagen, eins ist alles und deine Divisionen sind eins durch zwei, eins durch drei, eins durch vier, eins durch fünf, deshalb kannst du unendlich viele Teile aus der Eins generieren. Ja. Ungefähr verstanden? Ja, ja, ich bin dabei. Wir machen jetzt als Eins nicht als das Kleinste, sondern das Uni, als das allumfassende Ganze, heilige Ganze, der Urknall, bevor er geknallt hat, den ich unendlich zerteilen kann. Immer eins durch. You had a list of numbers, a list that could keep going forever if you had the time, and each number came from a perfectly reasonable finite sum. You noticed that the numbers in this list approach one, but what do you mean by approach? Das war der Leine. Warte mal ein klein Moment, da bin ich auch. ...numbers this object touches during its March, writing down one half, one half plus a fourth, one half plus a fourth plus an eighth, and so on. That is, each number is naturally written as a slightly longer sum with one more power of two in it. As such, you're tempted to say that if these numbers approach anything, we should be able to write this thing down as a sum that contains the reciprocal of every power of two. On the other hand, we can see geometrically that these numbers approach one. So what you want... ...this approach, to say, is that one... ...was jetzt übrigens sehr Spaß macht, ich könnte die jetzt zeigen, wenn wir hier reingehen. Spiel mal einfach mal. Was ist App? ...seine Anwendung. Ja. Application, ja. Das ist eine Application in Kurzform. Da haben wir den Affen schon mit drin. Ja, genau. 1880. Aber was mir wichtig ist... Das ist ein Rotauge. Rotauge. Rot ist der Adam. Ja. Eine H-Eckwelle. Eine S-D-R-A-N-D-Assel. A-S-E-S-E-S-E. Ja. Scheiße. Kannst du... Ich mache jetzt... Es müsste dir klar sein, Rot steht für Adam. Das Auge des Adams. Das Auge des Adams. Dein Vorgehen, deine Annäherung. Die Denkansätze. Die Ausbildung. Der Form Gottes. So musst du das lesen. Offensichtlich kann man nicht unendlich viele Dinge addieren. Die Dinge sind eins. Das bedeutet Holopheling. Die Gnede ist alles, was an der Oberfläche auftaucht, ist in der Gnede eins. Diese eins wird auch nicht zerstört, wenn du an der Oberfläche was auftauchen lässt. Ja. In dem Moment, wo du was auftauchst, wenn es existiert, kann ich denken, eins plus zwei plus drei plus vier, dann existiert es. Bündchen, 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 bis ins Unendliche. Das existiert jetzt auch, das Unendliche. Aber immer nur, wenn ich es denke, wenn ich es nicht mehr denke, existiert es sowieso nicht. Das existiert keine Unendlichkeit. Unendlichkeit kann genauso wenig existieren, wie das Nichts. Es kann gedacht werden, dann ist es aber was Existierendes und dann ist es weder unendlich, noch ewig, noch groß, sondern das ist einfach nur die Information des Wortes, die du denkst. Ja, genau. Nichts ist in dem Moment, wo du nichts denkst, einfach nur ein Gedanke. Das Geräusch Nichts, das Wort Nichts. Ich muss wissen, was diese Geräusche, diese Worte bedeuten. Und dieses Gewusstwerden ist nicht etwas, was existieren kann. Ich sage immer, du kannst wissen, was Nichts ist. Du kannst es aber nicht denken. Du kannst es nicht zu einer Existenz machen, ohne es zu zerstören. Du kannst wissen, was das Wort Allers bedeutet, aber du kannst es auch nicht als Ganze sehen, sondern bloß das Wort Allers denken, so wie du das Wort Ewigkeit denken kannst. Du musst wissen, was Ewigkeit bedeutet, ohne Anfang und Ende. Geist ist ewig. Du bist Geist, weil du mich jetzt sprechen hörst. Du bist ohne Anfang und Ende. In dem Moment, wo du sagst, ich wurde von meiner Mutter geboren, baust du dir wieder Vorstellungen auf und verwechselst dich mit einem Gedanken von dir. Du brägst in dem Moment das erste Gebot. Mach dir kein Bild von dem Schöpfer. Sehr einfach. Frag dich, was in dir drin ist, dass es nicht wahrhaben wird. So ein menschlicher, computer oder physischer Ding, so eine Tatsache können. Wenn, aber auch, du mit einer gesundheitlichen Irreverenz stehst, du wirst wunderschön in der Gesicht der Verdachtung und versuchst, zu diesem Nassens, den du geschrieben hast. Denn es fühlt sich, wie die Natur es dir zu dir. So, how exactly do you, dear mathematician, go about defining infinite sums? Das ist jetzt, wenn wir das durchspielen, wenn dich das interessiert, ich weiß, das wird viele zu Tode langweilen. Die Masse, die ich mir jetzt ausdenke und jetzt sage ich ganz, ganz bewusst, das klingt jetzt schon wieder so, als wenn ich an viele verschiedene denke, ich spreche immer mit dem Geist, der mich sprechen hört und es ist immer, immer mehr dasselbe Geist. Es ist bloß die Vorstellung, wie dieser Geist von sich selber hat, die Vorstellung, an was er denkt, wenn er an sich selbst denkt, kann es sehr unterschiedlich sein. Wenn du Geist jetzt an dich denkst, an wen denkst du? Du denkst jetzt, lass doch mal an den Körper, an diesen Brösel, an diese Person, an diese Maske, die jetzt vor dem Computer sitzt oder Handy in der Hand hat. Das bist du nicht, das ist ein Gedanke von dir. Aber an wen speziell du jetzt denkst, hängt davon ab, wer du zu sein glaubst, das hängt von deinem Schwamminhalt, von deinem Programm ab. Genau. Das heißt, wenn ich immer sage, du bist der Computer und die Bilder, die in die Auftragung hängen vom Programm ab, der Computer ist eigentlich das JCH, der vom Bücherrekord. Und je nachdem, welches Buch, welches Programm er laufen lässt, wird er sich als der oder der oder der oder der empfinden. Darum sage ich, ich bitte erst einmal du, JCH, ich bin eigentlich du. Diese spezielle Rode-Ich, der jetzt sich mit dem oder dem oder dem verwechselst. Ist das ungefähr so zu verstehen? Ja, also ich würde das noch ergänzen, das sind halt die verschiedenen intellektuellen Programme, die aus dem einen Geist heraus generiert werden. Aus dem Bücherregal, genau so ist es. Das kann man sich jetzt dann anschauen. Ich verweise immer drauf, weil ich merke, dass das viele nicht wissen. Je nachdem, wenn du das jetzt einstattest, man kann hier dann einstellen, du kannst die Untertitel einschalten und dann muss man eventuell, wenn das anstattet, das müsste, ich weiß nicht, wie weit er das jetzt übernimmt als Brösel-Uter, kannst hier Untertitel umstellen und dann die Sprache einstellen, wie es übersetzen soll, Maschinen übersetzen. Okay? Das sind jetzt schöne, schöne Beispiele. Ich würde es gerne durchgehen, wenn es dann vielleicht, wenn es einmal sein soll, dann gehen wir das einmal Wort für Wort durch. Da ist dann hier schon auch so eine schöne, das ist auch dasselbe Spiel, wenn man sagt, jetzt das ist genau 0,99999999 bis ins Unendliche, das heißt, da ist der Reihe in der Mitte, der Kopf des Schöpfergottes und Spiegelung, Spiegelung, 9 ist ja Spiegelung, 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 Spiegelung bis ins Unendliche. Aber die ganzen Spiegelfacetten sind eigentlich die 1, die die 0 ist. Ja. Ja, genau. Kannst du es ungefähr so verstehen? Ja, ja, ich bin dabei. Und jetzt kommt da auch noch eine schöne Darstellung, das würde ich jetzt etwas anders machen. Da wird jetzt das immer wieder wiederholt. At first, you might toil for a while to find a frame of mind where this doesn't feel like utter nonsense. But with enough time and a bit of luck, you might think to organize your numbers into rooms, subrooms, sub-subrooms and so on. You think of 0 as being in the same room as all of the powers of 2 greater than 1. As being in the same subroom as all powers of 2 greater than 2. As being in the same sub-subroom as Das sind jetzt praktisch Räume in Räume in Räume. Ich sage Traum in Traum in Traum. Was mir hier in der Darstellung nicht gefällt, man hätte das eigentlich die Fläche, wo jetzt hier ist, diese 1, 1 durch 2, 1 durch 4, 1 durch 8, 1 durch 16, wenn man das kleiner macht, hätte man jetzt flächentechnisch hier als Quadrate reinsetzen können und dann kriegst du den Spiegeltunnel. 1 durch 2, wenn man die ineinander setzt, nicht so in die Reihe setzt, immer noch angelehnt an die Reihe, sondern in die Tiefe. Wir haben unsere Achse gedreht, in die Z-Achse. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst. Wenn ich jetzt sage, das ist der 1. Raum, der 2. Raum ist genau halb so groß, der 3. Raum ist dann viertel so groß, kann ich ja hier die Fläche 1 Quadrat machen, dann ein halb Quadrat reinsetzen, ein viertel Quadrat reinsetzen und dann hast du genau Spiegel, 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 den Spiegeltunnel. Ja. Ich hoffe, du kannst da einigermaßen mitdenken. Ja. Das Prinzip, die einfache Erklärung von mir ist immer im Hintergrund. Ja. Das mache ich jetzt einmal weg und dann schauen wir ganz, ganz kurz hier diese Euler-Visualisierung, die, das ist natürlich sehr, das sind immer nur Darstellungsformen. Das ist immer nur ein Verschieben, eine Vorstellung, siehst du, was das auf und ab zu einer Drehung war. Aber was ist die Substanz davon? Das ist jetzt alles ausgedacht, das sind Vorstellungsfelden, das ist das Computerprogramm, wo ich sagte, deine Naturgesetze bauen auf dieser Art Demetik auf, aber das Wesentliche, dass es immer hier und jetzt ist, das wirft dann die großen Fragen auf. Und dann wirst du feststellen, egal was du mir zeigst, gibt es dann wieder neue Erklärungsmodelle dafür. Das bedeutet, es dauert eine Länge von 2 Pi, um komplett um den Zirkel, weil es bei Definition ist das die Ratio der Umgang von einem Zirkel zu ihrer Radieus. Das bedeutet, dass Pi hoch hoch 3, das bedeutet, dass es genau halbwegs um den Zirkel geht. Das dreht sich hier, plus 1, es dreht sich alles um diesen Punkt. Was natürlich dann sehr interessant ist, dass dich das hier zum Beispiel zu dem Wort Substanz führt. Die Masse, habe ich noch gesagt, wenn alles in einem Punkt zusammenfällt, Masse ist ja noch kein Gewicht, das ist ein dickflüssiger Brei. Wir haben ja in unserer Einsteinformel die Energie, E Quadrat, N Quadrat ist C hoch 4. Das ist im Spiegel, B Reihe. Im Spiegel ist die ganze Masse. In diesem Punkt befindet sich die ganze Masse bei Lichtgeschwindigkeit. Darum wird bei Lichtgeschwindigkeit die Masse unendlich groß. Stimmt oder stimmt? Masse heißt eigentlich ein ungestalterter Stoff. Das ist ein Teig. Ich nenne das immer 200 Gramm rote Gnede. Die Gnede selber ist unendlich. Unendlich kannst du dir nicht denken, was du siehst, sind nur die Formen, die mir der Gnede geben. Das sind dann Informationen und das denkst du dir dann raumzeitlich aus. Das Ganze, was du Substanz nennst, interessant bei dem Wort Substanz, haben wir den Tanz. Was bedeutet eigentlich Tanz? Ein rhythmisches Bewegen mit bestimmten Regeln. Die Regeln sind deine Gedankenwellen. Die tauchen auf, ein Hin und Her. Aber was hier viel, viel interessanter ist, ein Hüpfen, ein Springen, das heißt eigentlich nur ein Auf und Ab. Interessant ist, sich hin und her bewegen, das ist A und D. Der Rand, der Sand, das Land. Das ist natürlich jetzt Longitude neu gedacht. Wir müssen das jetzt in die Transversorle schieben. Schau. Gut. Das ist der Orden. Das ist zum Beispiel die Imagination in der Einbildung. Im Kind bestehen. Sich dem Gedanken hingeben, etwas hingeben. Jetzt zum Schlag. Lebhaft. LB, Lichtballer, die Däde, die Sätze, H, alles ist die Erde. Vorstellend. Das Rad, da steckt der Radius mit drin. Das ist bei Jotan. Hinaabsteigen in die eigene geistige Tiefe. Jetzt kommen wir zum Töpfer. Die Töpferscheibe. Töpfer, Schöpfer, Opfer. Ich bin noch... Ich bin noch... All die Einzelwörter schon eingegangen, Kareb. Wenn du da rein spielst, Korban, das hebräische Wort für Opfer, nahe sein, zusammen nähen, Inneres, im Inneren. Ein ständiger Wechsel, Unbeständigkeit. Die Sonnenscheibe. Das ist das Spiel, wo du hier letztendlich in dir findest, aber ich will jetzt ganz kurz nochmal... Wo war denn das? Muss ich mal schauen, ob ich das finde. Mit Drehungen war das... Muss ich ganz kurz reinfahren. Kleinen Moment. Formular. Da haben wir es doch. Das war das, was ich hätte gedacht. Achtung mal nur auf die Bilder. Das sind nur Drehungen von Drehungen in einem vorgestellten Faktorraum, den wir uns jetzt ausdenken, entweder mit XYZ oder mit der imaginären Achse und mit der Normalachse. Jetzt pass auf, jetzt wirst du gleich meinen, jetzt kommen wir zu den Versenken verspektieren. Das ist ein Problem, dass wir hier laufen. Immer zuerst einmal dran denken, wenn du eine Strecke dir vorstellst, ich springe mal da nochmal rein, eine Strecke, da wollen wir jetzt da hin, ein Punkt ist ein dimensionsloses Nichts. Wenn ich jetzt Punkte aneinanderreihe, reihe ich dimensionslose Nichts aneinander, die dann genau genommen in Nichts bleiben. Und ich denke mir, die jetzt schon auseinander. Ich strecke eine Ecke. Kannst du folgen? Wenn ich mir ein Quadrat denke, mache ich dann nochmal Y-Achse dazu. Meine Winge jetzt hier. Aber es bleibt ein absolutes Nichts in die Richtung ausgedacht und in die Richtung ausgedacht. Bleibt nichts. In dir selber gibt es keine Entfernung. Das Name Entfernung sagt es schon. Entfernung heißt, ich kann immer wieder nur darauf hinweisen, geh in deine Wörterbücher rein und wenn wir die Vorsilbe end machen, Bindestrich. Kannst du sofort nachlesen, was ich dir sage. Alles, was ich dir sage, kannst du überprüfen. Das heißt, mit Bildung aus, dass etwas wieder rückgängig gemacht wird, in den Ausgangszusagen zurückgeführt wird, wobei genau genommen heißt es, du musst dir jetzt erst was vorstellen, was ausdenken, dass du es zurückführen kannst. Das heißt, du hast erst einmal bei einer Entfernung eine Vorstellung, die du dann wieder zurückholst. Das Wort Universum ist eigentlich ein Entfernen von allem, was du um dich herum ausdenkst. Da wird in den Bildern einen Weg gehen. Da haben wir schon im Geist eine Eheexistenz und ein Empfangen aus. Das ist die zwei Seiten wieder. Geht es jetzt aus mir heraus oder kehrt es zurück? Ja. Wenn ich es so mache, die Frage stellt sich gar nicht. Es ist immer gleichzeitig. Das, was sich widerspricht, ist gleichzeitig. Stimmt oder stimmt? Ja. So. Interessant ist, die Grupptheorie ist Symmetrie. Schauen wir uns den einmal an. UB wissen wir ja, UB ist Bewusstsein. GRO machen wir mal eine Waffe. Diese geistigen Berechnungen waren aufgespannt. Sie kehrten ein. Sie wohnen als Gast. Schützling silten sich auf. Sie verwalden. Sie ließen sich als Gast nieder in ihrer Traumwelt, weil GRO heißt das doch mal fremd. Du wirst dir selbst fremd. Wieso wirst du dir selbst fremd? Weil du von dir selbst überhaupt nichts mehr weißt. Du glaubst ja der zu sein, der jetzt vor dem Computer sitzt. Das ist doch für dich, bist du selbst rotgegeben, was vollkommen fremd ist, was du überhaupt nicht kennst, weil du dich mit jemandem verwechselst, der in einer Traumwelt lebt. Genau. Du bist ein Reisender und dann auch ein Schutzbürger, von Gott geschützt, solange du geistlichst. In deiner Traumwelt wird dir nichts passieren. Dir Geist wohlgemerkt. Wir können natürlich diesen GR auch einen Augenblick dahinter setzen. Und dann fängst du an, hier vermindern, verringern, den Weg nehmen. Der Geist wird jetzt zu einem rationalen Augenblick. Und was ist rar? Böse, schlecht. Auch Freund. Dieser berechnete Augenblick ist jetzt was Böses. Das ist natürlich auch dein Freund. Dein bester Freund bist ja du selbst. Schinell, das logische Lichterschein, jetzt echt. Das Ganze ist ein Missgeschick. Miss ist immer die Frau. Deine Logik schickt dir das und so weiter und so weiter. Darum bist du von Übel, von Unglück umgeben, Verderbtheit, der Volksgenossen, ein Wollen, ein einziges Wollen, bös aussehen, bösartig böse, jeder normale Mensch. Das steckt da alles mit drin. Das ist grobs. Und das ist immer Symmetrie. Ich mach's ja so. Ich mach's ja so. For example, a square is a very symmetric shape, but what do we actually mean by that? One way to answer that is to ask about what are all the actions you can take on the square that leave it looking indistinguishable from how it started? For example, you could rotate it 90 degrees counterclockwise and it looks totally the same to how it started. You could also flip it around this vertical line and again, it still looks identical. In fact, the thing about such perfect symmetry is that it's hard to keep track of what action has actually been taken. So to help out, I'm going to go ahead and stick on an asymmetric image here. Now we call each one of these actions a symmetry of the square and all of the symmetries together make up a group of symmetries or just group for short. This particular group consists of eight symmetries. There's the action of doing nothing, which is one that we count. There's the action of doing nothing, which is one that we count. Zerdacht. That must we all just not know. I say, it's worth my simple examples, if you irgendwann another one of these simple examples and then there's these wonderful forms that are the same that are the same that is the same that is the same that is the same which is the same which is the same incredibly exciting in the whole time that you have to spend with the same Aber jetzt wirst du feststellen, dass das außen eigentlich nichts ist. Wenn ich jetzt da eins plus, ist gleich auch eins plus, das wird das Null hier. Aber das wird jetzt viel zu weit führen. Das kannst du studieren. Es ist aber gar nicht nötig, wenn du einmal weißt, wer oder was du selbst bist. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Wenn in doubt, if there's a natural way to do things, this is exactly what e to the x will do. Das ist zum Beispiel schön, dass du das K hoch... Ist eigentlich schon ein Blödsinn, das überhaupt zu machen. Weil du wirst jetzt, das ist ein ganz von der Kategorie. One, you know what each term means, but the statement as a whole seems nonsensical. Two, you were lucky enough to see what this means in some long formulas explaining why it works in a calculus. Das heißt, du hattest das Glück, die Formel lernen zu dürfen, wenn du das Stück hier lernst. But it still feels like black magic. Das ist aber schwarze Magie. Die ist nicht wirklich klar. It's not entirely clear what the terms themselves are. Those in this last category might be in the best position to understand the explanation I'm about to give, since it doesn't require any calculus or advanced math, but will instead require an open-mindedness to reframing how we think about numbers. Once we do this, it will become clear what the equation means, why it's true, and most importantly why it makes intuitive sense. First, let's get one thing straight. What we write as e to the x is not repeated multiplication. That would only... Ganz wichtig! Das ist kein klassisches Potenzieren. ...it only makes sense when x is a number that we can count. One, two, three, and so on. And even then, you'd have to define the number e first. To understand what this function actually does, we first need to learn how to think about numbers as actions. Ganz interessant! Zahlen! Ich erzähle dir was als Aktionen zu verstehen. Yeah. We first taught to think about numbers as counting things. Du weißt dies einmal ja, zahl was zum Zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. ...and multiplication are thought of with respect to counting. Da wird jede Zahl sein ganzheitliches betrachtet. Es ist aber wichtig, dass die Zahl, und jetzt mache ich ein altes Beispiel wie der Einfaches von Mudo, du denkst jetzt einfach mal einen Schrank vor mit lauter kleinen Fächern drinnen. Gleich große. Ich sage mal so, mit Postfächern. Okay? Ja. Die Kisten sind gleich groß. Und da kann ich jetzt Namen draufschreiben. In einem Wohnhaus meine wegen Briefkästen. Und statt Namen kann ich reinschreiben, erster eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und so weiter und so fort. Dann stelle ich einfach fest, dass jede dieser Kisten gleich groß ist. Aber die Benennung, die Zahl wird jetzt, ob ich jetzt einen Namen hinschreibe oder eine Zahl hinschreibe, ändert nichts an der Größe der Kiste. Ja. Das ist jetzt im Prinzip, dass ich zuerst einmal hier den als einen reinen Nenner, die Zahl, ich erzähle dir was, zuerst einmal als eine Bezeichnung von irgendetwas nehmen kann, aber nicht als eine quantitative Größe betrachte. Ja. Wenn ich jetzt ein normales Maßbad vor mir habe, und dann wissen wir ja, das ist dann eins, wir machen mal so, schau mal das Bild bitte unten an, das ist schon in der Mutation, beschreibe ich das, dann haben wir ein Zentimeter breit, ein Maßstab, ein Zentimeter breit, dann ist hier bei der Einserstrich, das wäre jetzt eins Quadrat, der zweite Zentimeter wäre praktisch auch ein Quadrat groß, der dritte ist auch ein Quadrat groß, und wir nennen das so eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und so weiter Zentimeter. Mhm. Jetzt musst du aber wissen, dass der erste Zentimeter ist eins Quadrat, der zweite Zentimeter ist auch ein Quadrat groß, den nenne ich dann zwei. Der dritte Zentimeter ist auch ein Quadrat groß, darum ist das eigentlich ein Quadrat, zweimal ein Quadrat, dreimal, zweimal ein Quadrat, dreimal ein Quadrat, viermal ein Quadrat, das wäre jetzt dann die Stelle fünf Zentimeter, der wird dann fünfmal ein Quadrat. Da muss ich schon ein Quadratzahlen denken. Genau, ja. Kannst du folgen? Ja, ja. Die Fläche, die hier dann eingefällt, das hat beim Uhrzeichen, sage ich auch immer wieder eins, zwei, drei, das ist von zwölf Uhr bis ein Uhr, das ist dieselbe Fläche wie von zwei Uhr bis drei Uhr und von drei Uhr bis vier Uhr. Ja. Die Fläche bleibt immer die gleiche, ich sage, aber das ist eins, das ist zwei, das ist drei. Der Unterschied muss am Bewusstsein, rede ich jetzt von der Fläche zwei oder von der Fläche drei oder meine ich die drei Flächen zusammen? Von eins bis drei. Genau, ja. Das ist die erste Zahl, dann funktioniert das nicht mehr. Was ist die Frage? Das ist die erste Zahl, das ist eine Aktion. Das ist jetzt wichtig, dieses Strecken der Linie. Die Linie ist immer gleich groß, wie ich die Bemassung vermisse, das ist wichtig. Jetzt kann ich wieder sagen, so und jetzt denkst du bitte mal an die Erdkugel. Denk jetzt an die Erdkugel. Jetzt sag ich mir schon weg und jetzt denkst du an der Sandkommel oder an den Atom. Du denkst jedes Mal an eine Kugel. Das ist jetzt die Erdkugel in deinem Kopf, die du denkst, ist die größere, die wirkliche Kugel, die jetzt da ist, ist die größer wie der Sandkorn in dir drin. Wie groß ist das in deinem Kopf? Das macht wieder die Bemassung aus. Das ist jetzt das hier, diese Art du streckst, du dehnst, du machst groß, du machst klein, aber du machst es immer hier und jetzt in deinem Kopf und das in deinem Kopf ist der absolute Mittelpunkt. Ja, genau. Wenn du denkst, wie ein Nummer ein Erdkugel, kannst du es vorstellen, mit allen Nummern als Punkte auf der Linie, alle auf einmal. Aber insofern, vergiss dich, dass du schon etwas über Erdkugel kennst, damit wir re-framen, wie du es denkst. Um diesen und uns neue Vorstellungen zu machen. ...sliding the line with the following rule. You slide until the point corresponding to zero ends up where the point corresponding with the adder itself started. When you successively apply to adders, the effect will be the same as just applying some other adder. This is how we define their sum. Likewise, forget that you already know anything about multiplication and think of a multiplier purely as a way to stretch the line. Egal, was jetzt hier sich bewegt, es bewegt sich auch nichts auf dem Bildschirm. Es wird eine größere und eine kleiner, das sind alles Definitionen. Es spielt sich in dir selber ab. Ob mit die Linie dehnen oder nicht dehnen, ja, dann ist doch der Abstand größer. Das ist doch schon wieder ausgedacht. Denk an das, was ich am Anfang gesagt habe. Du arbeitest, du musst dir was vorstellen, vor dich hinstellen und dann kannst du hier das rein in einer Vorstellung größer und kleiner machen. Fine. Now, the rule is to fix zero in place and bring the point corresponding with one to where the point corresponding with the multiplier itself started off, keeping everything evenly spaced as you do so. Just as with adders, we can now redefine multiplication as the successive application of two different actions. The life's ambition of e to the... Das ist jetzt sehr verwirrend, wenn es einen interessiert, dann hört man sich das ein paar Mal an und dann wird es immer klarer. Wobei das sehr, die Animationen, in die die Grafiken sind, sehr, sehr gut. Ja. Das ist jetzt zum Beispiel hier der Spiegelton. Aber sehr, sehr komplex. Das ist jetzt auch hier eine ganz tolle Formel. Wieso ist das? Erklärt ja ganz fantastisch. Natürlich innerhalb dieser Hörnwixerei. Viel zu zerdacht. Man kann es viel einfacher erklären, wenn du mal begriffen hast, zweites Gebot halten da außen ist sowieso nichts. Und dann wirst du irgendwann merken, was diese, die Visionen, die Öffnungen deines Intellekts, welche Visionen, die das innerhalb dieses arithmetischen Programms in dir das so aufbaut. The question is just how long and convoluted that path might be. And in the case of the Basel-Problem, it's a lot shorter than you might first think. Pass auf. And it all starts with light. Here's the basic idea. Imagine standing at the origin of a positive number line and... Wait, dann müssen wir einschalten. Stell dir vor, du wärst eine Null am Anfang des Zahnstraßes. Das ist das erste Lambda in unserem Spiegeltunnel. Ja. Die Lampe, die wir uns jetzt denken, ist ja nicht nichts. Habe ich zigfach bin ich da drauf eingegangen. The origin of a positive number line and putting a little lighthouse on all of the positive integers. One, two, three, four. Das sind jetzt die Lampen, die außerhalb von dir in Erscheinung treten. Denk an das, was ich am Anfang gesagt habe. Das sind nur die Visionen. Das ist ein Spiegel hüben, ein Spiegel drüben und die Lampe selbe ist der Reihe. Das ist eigentlich der mittlere Spiegel, symbolisiert eigentlich diese, wo ich dann ein Lämpchen auch mit rein stelle. Ja. Das ist die Lampe im Projektor, das ist dein rotes Ich und das zersplittert in viele Lichter, die du dir jetzt in eine Reihe hier ausdenkst, die genau genommen da außen ist nichts, wenn du die vierte Drehung machst. Jetzt kommt folgendes Raumseite. Du siehst, dass man das in der Akustik durchspielen kann, und du wirst jetzt feststellen, dass das die Helligkeit genau b hoch zwei Sechstel ist. Das wird hier extrem aufwendig, in dem Video extrem aufwendig erklärt, aber da ist die Grundlage schon das verkehrte raumzeitliche Denken. Aber schau bloß einfach mal die Bilder ohne groß zu lesen. Du wirst jetzt plötzlich merken, ohne dass ich jetzt eine Beschreibung dazu habe, was jetzt sich hier langsam mit dir aufkommt. Das ist das, was in Wirklichkeit, wenn du die Holo-Arch-Milk liest, ganz anders funktioniert, weil das raumzeitliche Vorstellungen sind. Und jetzt ist das hier, er beweist, mehr oder weniger immer aufbauend auf dieser Petitio-Prinzipi, auf dieser Grundabnahme einer Welt da außen mit einer raumzeitlichen Physik. Und die ist extrem fehlerhaft und dann doch wieder richtig. Die Beschreibungen sind richtig, du musst bloß wissen, dass ich das nicht da außen abspille. Und das kann sehr, sehr spannend sein, das ist übrigens jetzt auch ein ganz, wenn man das jetzt dehnt, da geht es um das... Das schwingt jetzt im Hintergrund schon etwas den Nödling mit, merkst du das? Aber also negative 3, negative 5, oft in der leftwarden Richtung. Adding all of those up is going to give us pi squared over 4. Das ist großartig. Jetzt pass auf, du musst jetzt Obacht geben, wenn man das zerteilt. Das ist die Grunde von was ich euch zeigen möchte. Und jetzt, take a step back und think about... Ich halte es extrem an. ...how unreal das ist. Wenn du das ausrechnest, es ist aber alles hier. The sum of simple fractions that at first sight have nothing to do with geometry, nothing to do with circles at all, apparently, gives us this result that's related to pi. Except now, you can actually see what it has to do with geometry. The number line is kind of like a limit of ever-growing circles. And as you sum across that number line, making sure to sum all the way to infinity on either side, it's sort of like you're adding up along the boundary of an infinitely large circle in a very loose but very fun way of speaking. But wait, you might say, this is not the sum that you promised us at the start of the video. And, well, you're right. We do have a little bit of thinking left. First things first, let's just... Wobei das jetzt immer noch aufbauend ist auf dieser normalen Sichtweise. Dann ist natürlich sofort wieder, wenn wir den Jupiter haben, wir haben jetzt hier mal einen deutschen, gibt es ja dann auch eine schöne Reihe hier. Schauen wir mal, was der dazu sagt. Was vielleicht mal ganz interessant ist, das ist das, worauf ich eigentlich hinweisen wollte, wenn Sie Zeta von minus 1 ausrechnen, dann kommt raus ein Wert, der, wenn man ihn als Bruch ausdrückt, minus 1 Zwölftel ist. Es kursieren ab und zu so Videos auf YouTube, in denen erzählt wird, wenn Sie ausrechnen, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 und Sie rechnen immer weiter, dann kommt minus 1 Zwölftel raus. Das ist der Grund für diese Videos. Aber das stimmt nicht. Der Zusammenhang ist der, dass man sagt, wenn ich die Zeta-Funktion hätte, so wie sie ursprünglich definiert war, über die Euler-Summe, und würde in diese Zeta-Funktion minus 1 einsetzen, dann hätte ich tatsächlich die Summe 1 plus 2 plus 3 plus 4 und so weiter. Und da dieses Ding ja die analytische Fortsetzung davon ist, kann ich ja so tun, als wäre das die Summe und da kommt ja offensichtlich minus 1 Zwölftel raus. Aber dieser Zusammenhang ist natürlich an den Haaren herbeigezogen, weil links von dem Pol ist das die analytische Fortsetzung, aber nicht mehr die Summe. Darum kann man nicht... Was ist eine analytische Fortsetzung? Und da kannst du jetzt wieder rein denken, da gibt es noch viele, viele andere Sachen dazu, aber das ist das, was ich letzten Endes immer sage, das ist Sackgassen, das sind Hörnwixereien, die das Leben eigentlich nicht vereinfacht haben. Das Leben wurde erschwert. Der technische Fortschritt hat das Leben nur oberflächlich betrachtet besser gemacht. Die Schulmedizin war kein Segen für die Menschheit. Ja, wirklich nicht. Die Selbstheilungskräfte, die, ob das ist, dass man dir einredet, was du brauchst, es ist ein Erzeugung von Züchten, es ist umso mehr dir das Bewusstwert, ohne anzuklagen. Ich sage, du bist in einer Führerscheinprüfungsbogen-Welt. Wieso massiv voller Fehler? An Kindern, ich rede jetzt einmal normal, in einer normalen Moral, die schon zu Konsumzombies zu machen, im jungen Alter, was sie brauchen, mit Handys, mit Facebook, mit all dem ganzen Zeug, ob das unbedingt weiter geistige Entwicklung fördert, ist eine Frage, die musst du dir selber beantworten. Ob Ärzte wirklich die Lebensqualität gestiegen haben, wenn du bloß noch rumlegst, ich brauche die Vitamine und die Vitamine und das ist mir zu wenig und da muss ich noch Vitamin D und dann brauche ich Vitamin B12, dass ich gesund bin und dann muss ich das kaufen und dann muss das sein, dass das nicht passiert. Es sind Krankheitenerfinder. Und es ist wie mit den Zahlen, mit den Sterbezahlen, es sind Perspektiven. Es sind alles nur Perspektiven und du, jedes Anstreben einer Einseitigkeit, schon, wenn du nur gesund sein willst, entheiligst du dich. Wenn du dir den Kopf nochmal drüber zerbrickst, dass du gesund sein willst, wirst du auch nochmal krank werden. Das ist ein göttliches Versprechen. Wenn dich das einfach nicht interessiert, ist es nicht da. Wann denkst du, wenn du jetzt, je nachdem wer du bist, wann denkst du an Tatoos? In der normalen Leben. Tatoos. Wann denkst du an Tatoos? So gut wie überhaupt nicht, weil die dir am Arsch vorbeigehen, mit dem Heuker-Programm zumindest. Eventuell hast du Kinder oder was oder das taucht auf und dann wirst du eine einseitige Meinung dazu abgeben, die aber sonst in dir schlummert, weil du in deinem normalen Alltagsleben mit dem Heuker-Programm nicht das Geringste damit zu tun hast. Ja. Du lebst in der Welt deiner Interessen. Ja. Egal um was es geht. Und wenn du dich nur darum kümmerst, dass dein Körper möglichst gesund ist oder dass nichts hinkommt, lebst du in der Welt der Krankheiten. Mhm. Ja. Und dass ich immer nur Beispiele, das ist wie unser kleines, ich muss ganz kurz da nochmal reinspringen, warte mal schnell. Unser Die Doppelhelix-Animation, ich weiß, das war jetzt ein bisschen Würre, dieses Update, wo ich mir der Doppelhelix schreibe, es ist so tief, wenn dir das klar wird, das sind Vorstellungswelten. Mhm. Da habe ich doch diese Doppelhelix beschrieben und da haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können jetzt an die Helix unserer DNA denken. Alles, was du hier siehst, sind Computeranimationen. Das sind schlichtweg und einfach nur Computeranimationen. Ja. Es ist Wissen von etwas, was für uns vorstellbar klein ist, von den Maßen her, was alles nur im Computer generiert wird. Deine ganze Welt ist eine Computergeneration. Deine Veröhrbrille wird auch mit einem Computer generiert. Du bist ein träumender Geist. Das, was du da außen glaubst, ist der Bruch des zweiten Gebotes. Ja. Okay? Ja, ja. Was mir jetzt wichtig ist, wieso ich das jetzt hier nochmal gesagt habe, das ist jetzt hier, das war Animation 1 und jetzt hier Animation 2 mit ein bisschen geistlos einseitiger Rechthauerei. Lassen wir den nochmal laufen. Das ist jetzt unsere Vorstellung von unserem heliozentrischen Weltbild. Da haben wir ja die Planeten und da gibt es jetzt speziell jetzt diese Sache, ist der Jupiterplanet. Mhm. Der Planet Jupiter, der sich um unsere Sonne herumdreht, das ist ja alles jetzt Vorstellung. Hast du das jemals gesehen? Meinst du, dass irgendein Mensch das jemals gesehen hätte? Und der hat ja Jupitermonde. Und jetzt lasse ich das nochmal laufen. Ich habe das schon im letzten Selbstgespräch gehabt. Du musst jetzt wirklich, wie tief das ist, nicht einfach anhören und sagen, ach, ich habe es ja verstanden, um was mir eigentlich geht. Hallo, meine lieben Freunde von Universe Sandbox 2. Ein interessanter Kanalkommentar. Wahrheit muss siegen, hat geschrieben, guck dir doch... Was für eine Wahrheit. Was für eine Wahrheit. Es ist so unendlich geistlos mit irgendeinem, um eine Meinung zu streiten. Es sind einfach nur Perspektiven, verschiedene Darstellungen, Vorstellungsformen aufbauend auf unterschiedlichen Glaubenssystemen. Und jeder lebt in dem Wahn, sein Glaube wäre der richtige, weil ihm ja vollkommen logisch erscheint, dass das, was der andere sagt, verkehrt ist. Wenn du alle glauben hast, was du feststellst, du kannst das alles vorstellungstechnisch in dir ablaufen lassen, nachvollziehen. Aber es bleiben einfach nur Gedankenkonstrukte. Ich habe mal ein Video an, da geht es um spiralierende Bahnen um die Sonne und Planeten. Und ich soll mir das bitte mal angucken, weil da hat jemand Universe Sandbox 2 genommen und hat erklärt, dass das alles so schmarrn ist. Das heißt, unser gesamtes Weltbild ist totaler Käse. Gut, wir gucken uns... Bin ich im letzten Selbstgespräch drauf eingegangen? Ja. Sehen seltsam aus. Das heißt, da sich der Jupiter ja um die Sonne herumdreht. Sind die Monde, die sich um den Jupiter herumdrehen, können ja gar keine Kreise um den Jupiter bilden, weil wenn der sich bewegt und die, dann gibt es diese Spirale. Genau das hat er verwendet, um zu zeigen, dass es sich hier nicht um Kreisbahnen handelt, sondern um spiralierende Bahnen. Jetzt kann ich natürlich sagen, hm, ja, hat er nicht gemacht. Ja, jetzt gibt es nur ein Thema. Es gibt eine ganz einfache Funktion, um zu zeigen, dass es sich hierbei um Kreisbahnen handelt. Man muss einfach nur die Trails ausschalten. Wenn wir uns jetzt das System angucken, werden wir feststellen, dass... Jetzt bleibt der in der Mitte. Ich habe nicht das Gefühl, dass der sich bewegt und dann sehe ich das, dass das Kreisbahnen ist. ...und die Kreisbahnen um den Planeten bewegen. Aber in dem Moment, wo ich mir dazu denke, der Effekt, der optische Effekt durch die Bahnen jetzt verschwindet. Das heißt, wir haben hier wieder eine Kreisbahnen, es gibt sogar eine Funktion, um die Orbits einzeln. Du wirst jetzt feststellen, deine Logik ist so hartnäckig, du wirst ständig verteidigen und alles, was deiner Logik widerspricht, wirst du zum Teufel haben. Dasselbe gilt dann für die Planeten, die sich ja so hier, wie jetzt diese Monde um den Jupiter rumdrehen, drehen sich ja die Planeten angeblich um die Sonne. Die Sonne dreht sich aber um den Mittelpunkt der Galaxie. Und dann sind es keine Kreisbahnen. Seit Kepler wissen wir ja, dass das eigentlich Ellipsen sind. Aber ich mache wieder was dazu. Ach, das habe ich nicht beachtet. Ach, das habe ich nicht beachtet. Ach, das habe ich nicht beachtet. Und dann kommst du in einen riesen Wurst von Vielwisserei. Und das ist von einer Sekunde auf die andere weg, wenn du die einfachen Beispiele von mir akzeptierst. Ja. Dass du immer bist, du veränderst dich nicht, du veränderst dich niemals, du bist diese 200 Gramm rote Gnede. Du hast niemals irgendwann zum Denken angefangen. Wann hast du zum Denken begonnen? Was sagt deine Logik? Ja, so mit drei Jahren, mit zwei Jahren. Denkst du dir Vergangenheit, die denkst du dir jetzt? Ja. Was du denkst, denkst du jetzt? Es taucht jetzt auf und es verschwindet jetzt. Dann hast du das Wirkliche hier und jetzt verstanden und es ist immer hier. Das ist eigentlich genau da, wo du sitzt. Und du sitzt immer im Zentrum. Egal, was du um dich herum denkst, das sind so ganz einfache Sätze. Schau halt einmal, wenn du jetzt schaust, wo sitzt du jetzt? Irgendwo in deinem Zimmer, sag ich einmal. Wohnzimmer, Küche, egal was. Du hast einen vor dir und jetzt kannst du deine Blickwinkel verändern von diesem ausgedachten Mittelpunkt. Das ist ein ausgedachter Mittelpunkt. Du bist jetzt irgendwo mehr oder weniger im Zentrum deines Zimmers, aber du bist das Zentrum von deiner Umgebung. Ja. Und wenn du das jetzt austauschst und du denkst um dich herum an das Zimmer oder andere Stadt, ändert es nichts, dass du in der Mitte bleibst. Du hast einen vor dir, du hast einen hinter dir, einen über dir, einen unter dir, einen rechts und einen links von dir. Um einmal die Hauptrichtungen anzugehen. Du bewegst dich nie von A nach B. Du setzt dich in Bewegung. Ein Oxymoron, ein Widerspruch in sich selbst. Und dann schaust du dir jetzt, jetzt denkt man uns einmal hier Vorlesungen von dem Udo aus, die sind jetzt datiert 2020, selbst 1999 habe ich das schon erzählt. Und dann sage ich immer wieder und jetzt schließe mal deine, denk einmal an deine Augen und mach diese Augen zu. Und jetzt schau mal, du denkst dir jetzt die Augen vor dich hin. Die kannst du jetzt bewegen wie zwei Kugeln in den Höhen, das spürst du dann vor dir. Du kannst dir über dir auf den Kopf klopfen, auf den Schädel klopfen, mach das, dann spürst du das Klopfen unmittelbar über dir. Schau mal, mach dir mal genau bewusst, wo der sich befindet, der das erlebt. Der befindet sich hinter den Augen und unter der Schädeldecke. Dann kannst du mit den Zehen an den Füßen wackeln und plötzlich taucht das ungefähr so, so und so viel Grad unterhalb von dir, je nachdem wie du jetzt sitzt oder ob du stehst, hast du ein Gefühl da außen. Alles, was du dir ausdenkst, befindet sich in diesem Zentrum. Das ist das dritte Auge. Und das sind nur Worte, was du jetzt hörst. Und jetzt sage ich ganz definitiv und jetzt denkst du, du bist in einer Küche und du stehst vor dem Kühlschrank. Stell dir vor, du machst den Kühlschrank auf und schau in den Kühlschrank rein. Das sind alte Sachen von mir. Das ist mehr wert wie jedes Geld der Welt, wenn du das verstehst. Die Worte, die ich jetzt spreche, tauschen in dir die Bilder aus. Du bewegst dich nicht. Und ich sage jetzt, denk einmal in Gedanken, geh aus der Küche raus, geh in das Flur, in den Wohnzimmer, geh in das Schlafzimmer, mach das in Gedanken, dann setze ich dich in Bewegung. Ich tausche eigentlich nur Bilder aus in dir. Nichts anderes passiert auf deiner Vorabbrille, wenn du durch die Wohnung läufst. Das war ein bisschen auf der Vorabbrille ausgetauscht. Bewegen tut sich da nichts, keine Millimeter von A nach B. Und dann ist das mit den Planeten und alles, egal wo du dir was hindenkst, das ist hier und jetzt. Wenn du zum Einkaufen fährst, du träumst hyperrealistisch, dass du zum Einkaufen fährst und es wird nur, wenn nur ständig Wechselinformationen ausgetauscht, die 200 Gramm rote Gnede formt sich ständig um, die du selbst bist. An dir verändert es nichts. Ja, aber es ist doch ein Riesenunterschied, ob ich mich jetzt gut fühle, ob ich krank bin, ob ich Schmerzen habe. Ich sage, an dir verändert sich nichts, an der Gnede nicht, nur deine Informationen verändern sich. Information, genau. Eine Information nennst du Schmerz und die andere nennst du Freude oder die andere nennst du Ärger oder die nennst du Haus oder Baum oder Stuhl oder Kühlschrank. Das ist eine Riesenpalette von einer Materialisierung auf der Vererbelte bis zu dem Gedanken an Materie bis hin zu einem Hauch, wie ich sage, wenn ein Gefühl von Hunger in dir auftaucht. Auf das du sofort reagierst mit den von dir gedachten Worten, Mensch, ich habe einen Hunger und auf die Worte reagierst du, ich muss mal Brot machen und dann wirst du feststellen, wenn die Küche auftaucht und dann taucht Klingelingeling auf und du denkst, wer ruft mich jetzt an und du denkst an dein Handy. Du musst die Kausalität wieder zurecht drücken. Aber wie ich bei meinem Klingelingeling Beispiel sage, nicht von der einen Seite, die bisher für dich logisch war in die andere reinspringen, die du überprüfen kannst, was wir mit Holopheling machen, die Mitte ist entscheidend. Das führt uns dann übrigens zum Satz von ausgeschlossenen Dritten. Den müssen wir jetzt auch, das habe ich so oft darauf hingewiesen, dass das, das machen wir, dann lassen wir es gut sein, Holger. Suchen wir mal daher, Satz vom ausgeschlossenen Dritten. Das ist jetzt zum Beispiel Verbindung sein, einer der Ohren Bordungen in der ersten. Mit dieser Erklärung sei ganz neben, das ist nur mal vorne weg, da gehe ich genauer noch dran ein, dieser Territum non datur, der Satz vom ausgeschlossenen Dritten, widerlegt, der das Dogma aufstellt, dass es kein Drittes gibt, deine Logiker behaupten, eine Aussage oder deren Negation können nicht beide falsch oder beide zur gleichen Zeit wahr sein. Ich sage, es gibt 16 Seiten, die zur beiden, wo 15 Stück im selben Moment falsch sind und eine richtig ist. Das ist die Seite, wo du hinschaust. Wenn wir die 16 Seiten nehmen. Ja. Das ist ja jetzt nur von zwei Seiten. Entweder ist es jetzt hell oder dunkel, es kann bloß eins von beiden stimmen. Ja. Du weißt, was ich meine, ich hoffe. Ja. Ich sage, und wie sieht es jetzt aus, wenn du dich erhebst als Geist, wenn du da ausgeschlossene Dritte wirst, dann siehst du, dass hell und dunkel gleichzeitig da ist. Ja. Der Satz gilt bloß für geistlose Trockennasenaffen, die das nachäffen und sagen, ich kann nur auf der hellen oder der dunklen Seite der Erdkugel sein. Die aber gar nicht existiert, wenn du an sie nicht denkst. Sie verdammen, mit diesem Schwachsinn alle Möglichkeiten, die sie mit ihr Recht haben wollen, den kindlichen Basic-Logik geistig noch nicht fassen, Vermögen aus ihren eigenen geistigen Wahrnehmungsbereich. Damit wird uns hier nicht zu sehr in Details verlieren, möchte ich dazu noch auf mein Kegelbeispiel hinweisen. Gehe davon aus, deine derzeitige Logik erbüglich dir nur eine zweidimensionale Wahrnehmung, das ist eine Perspektive. Ist das Ding deiner geistigen Betrachtung ein Kegel nur ein Dreieck oder nicht? Es erscheint als Dreieck, obwohl es ohne Frage dennoch kein Dreieck ist. Das gleiche Ding kann aber im selben Moment auch als gleich erscheinen. Das ist bloß eine andere Perspektive auf das Ding. Ja. Das widerlegt diesen Satz. Wir können da noch einen Schritt weiter gehen. Das ist also in Ich-Bin-Du-Quadrat erkläre ich das noch etwas anders. Für Mathematiker gelerntes Wissen von Nachäffern sind sein persönlich geglaubten Axiome heilig. Und er betet, ich mache das noch ein wenig größer, und er betet sie förmlich an, wie die Ungeduldigen, die an Gott zweifeln, das Goldene Kalb anbeten. Den alten Charles-Heston-Film Fossibel Mais anschauen, die zehn Gebote. Mathematiker stellen die dogmatischen Axiome über jegliche wirkliche Vernunft, nur ihre persönlichen Axiome habe für sie Geltung, weil sie ihnen als einzige Möglichkeit, die sie zu denken mögen, wahrlich logisch erscheinen. Daher bedeutet Axioma auch, Geltung, Würde, Anziehen, Ruhm, Förderung, Verlangen, Anspruch auf Wahrheit. Alle Gedankengänge, bei denen ein Mathematiker aufgrund seiner persönlichen Axiome nicht freiwillig folgen will, wird er zwanghaft auch immer als falsch oder unlogisch abtun. Das ist dochastisches Denken. Einseitig dochastisches Denken. Es wird dir immer, du suchst ja förmlich, wenn ein Professor Lesch Verschwörungstheorien unter seine geistlose Lupe nimmt, dann sucht er da förmlich nach Fehlern. Es ist kein Hauch, dass er das verstehen will. Was ich sage, wenn irgendeiner was behauptet, was dir vollkommen unlogisch erscheint, die Demut zu haben, offensichtlich sieht er was, was ich mit meiner Logik nicht fassen kann. Versuchen, diese Gedankengänge mitzugehen, dass ich die bisher verkehrt erschienene Kehrseite auch zu Gesicht bekomme. Schau mal bitte ganz kurz noch mal das kleine Bild mit dem Udo. Ich behaupte, das Ding hat einen Henkel. Wenn du jetzt sagst, das ist verkehrt, weil du siehst ja, dass das keinen Henkel hat, ist es deine Vorstellung von richtig ist richtig. Aber ich sehe die Kehrseite, darum erscheint dir das verkehrt. Und du musst jetzt ganz einfach, sobald einer irgendwas behauptet, wo für dich der Teilhörner sich es falsch verkehrt erscheint, das ist eine andere Perspektive, die auch zu dir gehört. Okay? Ganz wichtig. Nicht, dass er diese völlig neuen Gedankengänge prinzipiell nicht folgen könnte. Bei Holofeeling ist es ganz einfach, wenn du dich zu einem Kind machst und die Gedankengänge mitgehst, sagst du bei jedem Satz, wo ich sage, ja, stimmt eigentlich. Gut, jetzt bei dem vorhergehenden Video wird es ein bisschen komplexer, aber das ist auch ganz einfach, man muss bloß neugierig sein, das ist das Verrückte. Lernen du es nur, wenn du neugierig bist auf etwas, was du nicht kennst. Alles Lernen, das du in der Schule lernst, um eine Prüfung zu bestehen, obwohl dich das ankotzt, wenn du nicht mit Freude lernst, ist es ein zwanghaftes Programmieren, weil du Kaufmannsdenken in dir hast, weil du irgendeinen Ziel erreichen wirst. Ein Kind, das von sich aus neugierig Sachen untersucht, ist das einzige Ziel, wir wissen, wie das funktioniert. Was ist das? Ich will rauskriegen, was das ist, ohne dass ich mir Belohnung, einen Titel, eine Prüfung, eine bestandene Prüfung damit ausrechne. Es ist Freude, wenn ihr nicht wieder werdet, wie die Kinder werdet ihr das Reich Gottes nicht betreten. Das heißt, wieder auf alles neugierig sein, was an Böse, Fremd, Verkehrt, Falsch oder Uninteressant erscheint. Das ist Liebe deine Feinde, das ist die Definition vom Feind. Die vier klassischen Er hätte die Freiheit dazu, aber er will sie einfach nicht denken, weil sie im unlogischen Verkehr erscheinen. Die vier klassischen Ur-Axiome sind erster Satz der Identität. Alles ist mit sich selbst identisch und verschieden von anderen. Der Satz vom Widerspruch von zwei Sätzen, von denen einer das Gegenteil des anderen aussagt, muss einer falsch sein. Der Satz vom ausgeschlossenen dritten von zwei Sätzen von denen einer das vollständige Gegenteil des anderen aussagt, muss einer richtig sein. Der Satz vom unzureichenden Grund, alles hat seinen Grund, warum es so ist, wie es ist. Und jetzt erklären wir das einmal geistreich. Wenn man diesen Satz, der Satz alles ist mit sich selbst identisch und verschieden von anderen, nicht materialistisch interpretiert, raumzeitlich, chronologisch, entspricht der der Wirklichkeit. Alles ist ein und derselbe Geist. 200 Gramm Rudi Gnede, Gott, Energie, E-Quadrat. Alles befindet sich in diesem Geist. Träumender Geist, was da auftaucht, ist in ihm und was nicht auftaucht, ist noch weiter in ihm drin, im Zentrum. Alles besteht als letztendliche Substanz aus diesem Geist. Energie wird ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt. Ein träumender Geist wird ständig in eine andere Form eines träumenden Geistes umgewandelt. Änderter an dem Geist, sprich an der Energie, in der Einstandform überhaupt nichts. Dieser Geist kann sich selbst in sich selbst auseinanderdenken und somit auch in sich selbst Dinge erschaffen, die er sich dann als etwas anderes denkt. Die kann er sich auch woanders hindenken wie hier und jetzt, was nichts dran ändert, dass es trotzdem hier und jetzt ist. Die kann man jetzt was in die Vergangenheit denken oder 500 Kilometer weit wegdenken, aber egal was ich denke, ich denke es jetzt und es ist hier. und es ist immer meine Information, es ändert an mir an der 200 Gramm rotigen Nede an der Energie überhaupt nichts, die ich selbst bin. Ja. Geist kann sich selbst zum Beispiel als einen physischen Körper denken, aber auch als eine Märchenfigur, als ein Gas, eine Wolke, sogar als den ganzen Weltraum. Ja. Ich sage, der neue Weg bei Holofeeling ist einfach nur der Schritt, wenn du an dich denkst, du begreifst, ich bin jetzt nicht nur diese Gedanken, weil ich dieser momentane Körper, momentan, dieser fehlende Körper, weil ich mir jetzt meinen Körper ausdenke, sondern mein Körper ist meine ständig wechselnde Traumwelt. Diese Stände, das ist ein höherer Komplex. Das ist mein Körper. Ja. Geist wird sich in sich selbst immer so erscheinen, wie er sich selbst denkt. Du wirst das sein, was du zu sein glaubst und das wird dann immer nur dann auftauchen, wenn du dann an dich denkst. Aber das bist du nicht. Geist ist immer mit sich selbst identisch, alles besteht immer nur aus einem und denselben Geist. Der ich ist, das ist der vom Bücherregal, egal wer es ist, das Buch ich jetzt lese und aufgrund dieses Buches, dieses Lebens, mich mit einem ganz bestimmten Person verwechseln oder mit einem bestimmten Menschen verwechseln. Es ist immer der vom Bücherregal, das bin ich okay. Und dennoch erscheint er sich selbst verschieden von dem, was er sich hier und jetzt gerade denkt. Sehr interessant. Wo ist jetzt der Unterschied, ob du jetzt an dein Gehirn denkst, an deinen Magen denkst oder du denkst jetzt an deine Küche? und das Waschbecken im Badezimmer, es tauscht sich nur deine Information aus. Wenn ich träume, befinden sich alle Dinge, die mir in meinem Lebenstraum erscheinen, letzten Endes nur in meinem Bewusstsein und bestehen aus meinem eigenen Geist. Wer anderer Meinung ist, der spreche ich jetzt. Das ist alles, jeder dieser Sätze ist hundertprozentig sicher und jeder 13-Jährige, wenn er diese Gedanken ginge, urteilsfrei, mit wachem Bewusstsein, mit dem wir sagen, stimmt eigentlich, stimmt eigentlich. Wenn du den Eindruck nicht hast, hast du ein riesengroßes Problem. Alles außerhalb meines Bewusstseins Scheinende sind Scheinenden, befindet sich aber letzten Endes nicht wirklich außerhalb meines Bewusstseins. Es ist meine Information. Das ist diese zwei Seiten in mir aus mir. Genau genommen löscht sich das jetzt aber auf, denke ich an mein Kameropscura Beispiel der letzten Selbstgespräche. Es bleibt in der Mitte. Es wird nur gedachterweise auseinandergetissen in ein Innerhalb und ein Außerhalb. Der Fehler besteht darin, dass du das Außen als Immersein betrachtest, wo von außen irgendwas Licht werden oder was in dich reingehen und dann in dir, in deinem Gehirn irgendwie in Erscheinung drehen. Es ist aber weder was vor diesem Punkt in der Kameropscura noch hinter diesem Punkt, weil das ist beides in dem Punkt. Das ist genau das. Okay? Ja. Alles, was ich jetzt nicht in meinem Bewusstsein für mich selbst zur Schau stellt, befindet sich als logische Seinsmöglichkeit dennoch in mir. Ich kann jetzt sagen, alles, was jetzt nicht auf dem Bildschirm des Computers auftaucht, als Arrangement, ist trotzdem in der Datei, die wir uns jetzt ausdenken, die jetzt praktisch schon wieder auch existiert, weil wir daran denken, aber wo ist die Datei mit den Daten, wenn ich nicht dran denke? Die muss doch da sein, wenn der Film läuft. Es ist immer alles da, rot geschrieben, geschlossene Schöpfung, nämlich als eine mögliche Daseinsform, die nur darauf wartet, von mir, in mir bewusst wachgerufen zu werden. Gut, zu zwei, nicht besonders geistreicher, einseitiger materieller Schwachsinn. Ganz kurz hochfahren, der Satz von Widerspruch von zwei Sätzen, von denen einer das Gegenteil des anderen aussagt, muss einer falsch sein. Ich behaupte, die Tasse hat den Henkel rechts, der andere sagt, die Tasse hat den Henkel links. Da kann bloß einer von beiden recht haben. Was hier überhaupt nicht erwähnt wird, dass es da Perspektiven gibt und die Tasse als Ganzes den Henkel überall hat, nämlich da, wo du in dir hindenkst. Und nirgends hat, wenn du dir keinen Henkel dran denkst. dritter Satz vom ausgeschlossenen dritten von zwei Sätzen, von denen einer das vollständige Gegenteil des anderen aussagt, muss einer richtig sein. Der wird jetzt interessant. Wenn mein Bewusstsein einmal in der Lage ist, zeitlos und immerwährend im ewigen Hier und Jetzt zu sein, das ist der Punkt, stimmen nicht nur einer der beiden Sätze, sondern genau genommen sogar beide. Alles, was ist, ist letztendlich nämlich immer ein und derselbe Geist in der Mitte. Es ist dieser Nulllinie und so Spiegel und so Reihe, wo ich als Fläche dann bloß dastehe. Es gibt weder das vor dem Spiegel noch hinter dem Spiegel. Das ist die Kamera Obscura. Das ist der ausgeschlossene dritte ist der Mittelpunkt. Nochmal, um das klarzumachen, wenn du sagst, da oben ist eine Wolke, dann existiere bloß für dich oben und die Wolke, die du denkst, aber du musst wissen, da muss ja zwangsläufig einer unten sein, der nicht die Wolke ist und hoch schaut. Aber derselbe, wenn seine Kehrseite anschaut, sagt er, da unten ist er Boden oder Tal, wenn er von der Bergspitze ist, dann muss er ja zwangsläufig oben sein, aber genau genommen ist er weder oben nach unten, das ist der, der sieht, ist die Mitte. Udo, ich denke gerade an den Satz, Gott ist allmächtig, aber es gibt auch eine Ausnahme, dass er nicht allmächtig ist, das ist auch so ein Ding. Er kann nicht machen, dass er nicht mehr Gott ist, er kann nicht mehr in der Mitte ist, er kann sich wohin denken, ist, aber trotzdem in der Mitte. Zu vier, schauen wir nochmal die vier, der Satz vom zureichenden Grund, alles hat seinen Grund, warum es so ist, wie es ist. Der einzige Grund, warum etwas für mich so ist, wie es ist, ist letzten Endes der, dass ich doch machtisch glaube, dass es so ist. Alles wird in mir wahrnehmen Bewusstsein immer so erscheinen, wie ich es mir in dem Augenblick, wenn ich es denke, selbst ausdenke. Denk, das gilt auch für die Sachen, die du auf deine Feuerbrede holst, die du realisierst, tausendfach drauf eingegangen, immer wieder dieselben Sätze. Das ist jetzt auch eine Ähnlichkeit zu den Fragen der Kategorie 3, warum ist das so? Genauso ist es, weil ich jetzt denke, das ist die Kategorie 3, das ist übrigens dann die rote 4. Jetzt kommen meine Kindermärchen wieder. Du hättest die Freiheit, deine Logik hält dich in dem Gefängnis fest. Sein Prozess, ich kann immer nur sagen, wenn du jetzt normal, wenn du jünger bist, ein Prozess, die Sache mit dem blinden Arschloch. Du wirst das 20 Jahre jetzt normal chronologisch unbewusst gedacht, 20 Jahre immer wieder wiederholen müssen. Und wenn du meinst, du hast Wichtigeres zu tun, wird es noch wesentlich länger dauern. Dann wirst es das in dem Leben nicht schaffen. Du wirst es im nächsten Leben nicht schaffen. Du kommst erst gar nicht in ein anderes Leben. Auch hier habe ich wunderschöne Beispiele mit meiner Seite 100. Man muss da bloß reingehen, was ist das Beispiel mit Seite 100? Du wirst eingeschalten, dann erlebst du deinen jetzt ausgedachten Tag, wobei du jeden Moment dieser Alltag ist heute, carpe diem. Und du kannst dich nicht raussuchen, wenn du eingeschalten das sind die zwei Punkte. Da spannen wir jetzt zur Vorstellung von 24 Stunden auf. Und es ist definitiv so, dass du jeden Moment, in dem Bauch auftaucht, erlebst du jetzt. Jetzt schiebt sich die Zeitachse, wo ich gesagt bin das jetzt. Geh wieder an den Anfang von Selbstgespräch. Es ist immer jetzt. Aber du verstreust es in die Vergangenheit und in die Zukunft dein Denken. Unsere Werben, unsere Zeitwörter machen das. Da läuft nichts verkehrt. Es läuft aber Krankheit nichts verkehrt. Es ist auch nichts verkehrt gelaufen, wenn du jetzt normal gesprungen Führerscheinprüfung machst in der Theorie und hast einen Bogen auf einen Fehler falsche Antworten wird. Die sind bewusst so erschaffen, dass du selber zum Denken anfängst, dass du mal Zahlen vergleichst, dass du nicht nur nachquatschst mit Statistiken wie Trügerisch ist, dass du selbst mit dem Wissen, das du jetzt hast, immer mehr merkst, wie die Menschen um dich wahnsinnig sind. Ich sage bloß jetzt wieder die offizielle Sterbezahl vom Bundesamt, wenn man die genauer anschaut, dass du aus den arithmetischen Mitteln der Chaos Mathematik überhaupt nicht rauskommst, dass es immer gleich bleibt. Wenn du jetzt deinen Fokus drauf hast, es ist so unendlich Wissen in dir, jetzt zum Beispiel, was wir jetzt ein bisschen Arrighmetik gemacht haben, geistreiche Arrighmetik gemacht haben, wenn du das in der Schule nicht hattest oder nicht studiert hast und Abiturwissen reicht dafür nicht aus, das hat man übrigens alles ganz grob in Abitur. Ich behaupte, dass fast 99% von den Leuten, die das im Abitur haben, die lernen das so auswendig, wie dein Holger Programm sein Ingenieur gemacht hat, das habe ich so oft angesprochen. Ja, sehe ich auch so. Du lernst auswendig und schreibst das hin und kriegst sogar gute Note. Da musst du das nicht intellektuell geistig verstanden haben. Du hast das intellektuell einprogrammiert und du rezidierst das. Aber was der wirkliche Hintergrund dieser Worte ist, kann man das so stehen lassen, ist ein Halb plus ein Viertel plus ein Achtel immer mehr eins annähert und dann irgendwann eins wird. Es wird nie eins, weil die eins ist unendlich groß. Der Einheitskreis, wenn ich sage, hier mit Radius eins, unser Einheitskreis, der symbolisiert den unendlichen Kreis, der voller Blickwinkel ist. Und diese Kugeloberfläche KGL wie eine Welle, wenn ich mache, müssen wir runter rationalisieren auf einen Detaeder, wenn wir den zusammenklappen in das Dreieck. Klingt also so kompliziert. Kann man wissen, kann man nicht wissen, muss man nicht unbedingt wissen, das ist, was ich sage, was du unbedingt wissen musst, was du selbst bist und was deine Gedanken sind. Und solange du in dem Wahn lebst, und das kann ich nicht oft genug sagen, dass du meinst, du hast mit dem, was du denkst, nichts zu tun, und ständig Schützzuweisungen machst mit einer riesen Arroganz, dass du was liest, da ist das einzige Reizauslöser drauf, fetzt ein Papier mit Worten drauf. Und dann erzeugst du in die Illusionen, weil du nicht mehr siehst, was jetzt da ist. Und dann denkst du dir ein Leibniz aus, oder ein Udo aus, oder ein Trump aus, oder ein Politiker aus, oder ein Hitler aus, und dann bestimmst du, ob das Gute oder Böse sind, zumindest mit diesen Seiten, die du nachplapperst. und dann kann der Udo wieder tausendmal sagen, egal welche Seite du mir zeigst, ich lasse in dir eine andere Buch- oder Internetseite auftauchen, wo zum selben Thema das genaue Gegenteil oder was ganz anderes behauptet wird. Woher nimmst du die Arroganz zu glauben, die Seiten, die du gastlos nachäffst und Vorstellungen in dir aufpasst, sind die einzig richtigen? Arroganz. Weil sie dir logisch erscheinen. Ja. Was sollte denn ein Computerprogramm am Betriebssystem denn sonst logisch erscheinen? Doch bloß etwas, was mit seiner Logik korrespondiert. Aber alles, was ist mit dem, was die unlogische Hand ist, ist dann zwangsläufig falsch und verkehrt, dass das vielleicht auch viel komplexer sein kann. Das, was dich abstraft, ist die Arroganz auf das Wissen, das gar nicht dein Wissen ist. Mach dir das bewusst, dass dein ganzes Wissen einfach nur nachgeäfft ist, einprogrammiert ist. Deinen Schwamminhalt, den konntest du dir nicht raussuchen. Und das ist ein Führerscheinprüfungsbogenschwamm in der Welt. Der ist so massiv voller Fehler. Und jetzt kommt's und dann lassen wir es gut sein. Fehler heißt nicht, dass das nicht wichtig wäre. Es ist fehlerhaft. Es ist noch nicht vollkommen. Und es wird auch niemals vollkommen werden, wenn du ständig Teile, die ich in dir auftauchen lasse, Baselstücke, die du anzulegen hast, die du in deinem Wissen zu integrieren hast, bekämpfst oder zum Teufel haust. Das ist es. Ständige Arbeiten an der Selbstentheiligung. Von Liebe deine Feinde keine Spur. Und glaub mir, das Spiel hört nicht auf, wenn du meinst, jetzt irgendwann habe ich es geschafft, weil ich sterbe ja sowieso. Du wirst in der Zukunft nicht sterben. Du stirbst jetzt von Augen. Esst die Erben. Erweckte Polare Existenz. Mach die vollkommen und schau nicht immer bloß eine Seite auf. Überwinde dein unbewusstes chronologisches Denken. Betonung liegt auf unbewusstes chronologisches Denken. Du bist ein Gott, du darfst alles. Ja, das darf ich doch nicht. Das stimmt doch nicht. Ich sage, dann erfinde einfach neue Regeln. Die musst du nicht einmal erfinden. Beschäftige dich mit Holophilien und dann kriegst du so viele Regeln, die alles zu heilen vermögen. Das ist ein Heiligungsprozess, nicht ein Predigen vom Feindbilder oder was richtig und verkehrt ist. Ja, stimmt. Das ist das, was die rohe Liebe ausmacht. Ja. Man kann doch nicht alles lieben, höre ich dann. Und dann sage ich wieder, wer hat jetzt dich dazu zwungen, dass du das denkst? Wer bestimmt das? Wer ist da in dir drin, dass das bestimmt, dass man das nicht kann? Man darf doch nicht. Ich brauche doch, ich muss doch. Wer bestimmt das? Ist das wirklich deine ureigenste Meinung, dass man dieses oder jenes nicht darf? Dass das gefährlich ist, dass das ungesund ist? Dass die Pilze giftig sind und die schmackhaft sind oder sogar gesund sind? Das wird für dich, auch wenn du das dann überprüfst, immer dran denken. Darum macht es auch keinen Sinn, jetzt als Brösel unter Brösel irgendeinem Beweis zu werden, der behauptet, es gibt kein Corona, dass du mit denen in Krankenhäusern gehst, weil die Krankenhäuser, die jetzt in dir auftauchen werden, werden genauso sein, wie sie von dir ausgedacht waren mit deinem Glauben. Ja, Apfel im Gehirn oder ein Gehirn im Apfel. Und das heißt, du wirst nur das zu sehen bekommen, was du glaubst und kommst dir dann in deiner unendlichen, geistlosen Dummheit noch besonders gescheit vor. Und gescheit, in dem Wort gescheit steckt das Wort gescheiden. Von wem gescheiden? Von mir, von uns, von der Heiligkeit. Du wirst immer in der Peripherie rumkreisen, das ist die, die das Goldene Kalb anbieten. Du meinst es auch, das Goldene Kalb, Egel, Agol, Runden drehen, kreisen. Wir sind in dem Außen, erinnere dich, wie wir gerade angefangen haben. Hinter Space, Input Space ist nur ein Auf und Ab. Das Output Space wird ein Runden, ein Rotieren. Ja, ja, habe ich. Das ist übrigens, wenn wir rotieren, die Rotation macht, da haben wir zuerst einmal das Rot, gefolgt von IER, das Ganze mit LF schreiben, das heißt, wir werden dann respektieren, ich muss jetzt nicht weitergehen, wir können aber bloß das Roh machen und dann haben wir das Tier und wenn wir das Roh, das T dann zu dem Tier hinsetzen, dann haben wir 270, das heißt, ich werde schlecht, ich werde boshaft. Und dann wirst du irgendwann merken, dass in sich die boshaftesten Menschen sind die, die mit aller Gewalt oder sich einreden, sie gehören zu den Guten. Genau, die Feinds. Selbst die ganzen Scheinheiligen, dass ich sage, dass denen gar nicht bewusst ist in ihrem Wahn, dass sie zu den Guten gehören, das ist Feindbilder, die in sich trauen. Ja. Geh doch in irgendwie in einer Scheinheiligkeit und so tief boshaft egoistisch, wenn du das genauer anschaust, wenn die wirkliche Selbstbewusstsein hätten, die ich mir wie und selbst ausdenken, wenn das Selbstbewusstsein da wäre, würden ihnen ihre eigenen Haare zuteil gestehen. Sich nur mal bewusst machen, wie viele Feindbilder ich noch in mir trage und dann behaupte, ich bin ein Christ. Von christlichen Parteien wollen wir gar nicht reden. Wir hatten jetzt das Thema irgendeinem Politiker, muss ich jetzt ganz kurz noch losfahren, der da in einer Sitzung hier mit seinen Videospielen gespielt hat. Da bin ich schon mal darauf eingegangen, in einen Bundestag, dann schau dir einfach in den Bundestagssitzungen an, die du dir da natürlich ausdenkst und dann schaust du mal, was die etablierten Parteien machen, wenn irgendjemand von der AfD oder von, jetzt bei den Grünen sympathisiert man, man will ja effektiv koalieren, aber es ist ja so, dass also hier, wenn irgendeiner, ein Redner einer Partei, die mir am Arsch vorbeigeht, dass hier 70% oder 60% des Bundestages auf alles Mögliche machen, bloß nicht den zuhören. Ich sage, die müssten sofort in einem Bundestag, wenn von irgendeiner Partei irgendeine Perspektive ihre Meinung äußert und es hört anderen nicht aufmerksam zu, der da drin sitzt, die müssten sofort aus dem Bundestag rausfliegen. Diese unendliche Arroganz, wenn du dir das anschaffst, wie die Opposition oder je nachdem, wer gerade ist, mit was für einer Gleichgültigkeit, die alles Mögliche machen und Zeitungslesen, bloß nicht zuhören. Ich muss mir ja hier meinetwegen die AfD oder die Grünen nicht anhören, das ist mir ja nicht nötig. Deine Demokratie, mein demokratisches Krankenhaus. Der größte Fall, die es überhaupt gibt, ist das Wort Demokratie. Jeder darf ein bisschen mitbestimmen. Das sind übrigens jetzt alles bewusst erschaffene Fehler, die du zu erkennen hättest. Die gelten natürlich jetzt nicht, wenn du das weißt, weil du hast sie ja nicht selber entdeckt, ich habe es dir erzählt. Es sind aber noch genügend Fehler da, die du selber entdecken kannst. Das muss gut sein. Spiel noch eine Runde Videospiel, in dir selber. Tschüss. guru noch jemandek мам hat, ja, der ist, genau er will da. Danke.